willkommen zu einem neuen video und zwar spielen wir heute sie sind ein brief an die zukunft ein game das ich jetzt schon sehr sehr lange im auge hatte das kam jetzt frisch raus und das tolle ist dieses game ist sehr schön gerade szenerisch ich liebe ja spiele die schön aussehen gerade auch zelda breath of the wild genshin impact liebe solche spiele und ich glaube hier sind wir genau richtig sehr entspannend sehr cozy sehr perfekt für leute die generell gerne auch welten erkunden und deswegen gehen wir jetzt rein in season ein brief an die zukunft falls ihr mehr story games habt die ihr mal sehen wollt schreibt sie mir gerne die kommentare über den daumen nach oben würde ich mich sehr freuen über ein abo auch und empfehlt mir gerne weitere games denn jetzt kommen auch wieder mehr story games und übrigens meine süße community sagt euch auf twitch gerade auch ganz ganz süß hallo deswegen kommt auch gern vorbei auf www.twitch.tv slash unterstrich live wir gehen rein so spielsteuerung einstellungen ich glaube das wird mir alles passen ich bin gespannt entschuldigung ich bin gespannt ich bin gespannt ich bin gespannt ich bin gespannt Where are you? How far in the future? Where did you find my journal? I may never know, but you can know me from what I put down on these pages. I come from a little village in the mountains. No one has left here since before I was born. But our lives changed overnight, just a few days ago when my best friend had a prophetic dream. A vision that the elders said means this season is going to end soon. The world is about to enter a new era. A great change is coming. Everyone was afraid. I was surrounded by questions and I began to feel how little I know. What is this season that is about to end? And why is it ending? What exactly is out there that could turn the world inside out? If there are still voices singing and laughing in the wilderness, I could record them before they're gone. I also thought of my dad, who always wanted to see the outside world but never did. So, I asked if I could leave. The elder had one condition for letting me go. That I take what I collect to the museum vault. A palace of art and memory at the edge of the earth. She says it's the only place safe from the turmoil of a changing season. I hope that's where you're reading this now. I can't stop the change that is coming, but this time on earth could live on in these pages. What it looks like. Sounds like. How it feels to be alive right now. I'm writing to you at the crack of dawn. On the morning I leave home. I can smell breakfast cooking in the other room. And I can hear my mom's voice. Hmm. It's a little bit of feeling, as if we were to have the task, now everything in our current world in our current world to hold, because there is a catastrophe that everything is destroyed. Is it just my opinion, or is it also so? It looks like this new season. Something bad is before. Maybe Krieg? I don't know. I don't know. A brief in the future. A brief in the future. What is that all? Alte Zeit. Unbekannt. Zeit der Moderne. 500. Eine Zeit der Industrialisierung. Goldene Zeit. Ein Zeitalter des kulturellen Austauschs. Der Krieg. Der große Krieg, der zehn Jahre dauerte. Zeit der. Das Zeitalter, in dem ich geboren wurde. Ach so. Ich bin in einem Zeitalter geboren, in dem ich nicht weiß, was es ist. Und wir halten alles fest. Ein Brief an die Zukunft. Wer bist du? Ich weiß es nicht. Trotzdem schreibe ich dir. Wo bist du? Wie weit in der Zukunft? Wo fandest du mein Tagebuch? Ich mag es nie erfahren, aber du kannst mich durch diese Seiten kennenlernen. Das ist ja richtig gruselig. Warte mal. Kann ich das nochmal irgendwie öffnen, mein Buch? Oh, es ist schön. Ich höre meine Mutter singen. Ich glaube, das ist so ein richtiges trauriges Game. An der Schnur ziehen. 3. 2. 1. 3. Hooray. Mr. Lotto ist hier. Boah, es ist gruselig. Ja, es ist sehr schön, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es sehr traurig wird. Leuten. Kann es sein, dass das Spiel irgendwie darauf aufmerksam machen wollte, dass wir unsere schöne Welt zerstören? Und alles kaputt machen und alles nie wieder so sein wird, wie es ist? Oh, süß. Es erinnert mich vorhin. Life is strange. Oh, da steht was. Hoffentlich magst du ihn mehr als einen Fisch. Hm. Oh, wofür habe ich denn den ersten Preis bekommen? Wanderndes Märchenfest. Ein Origami. Folded by Party. Party. Okay. Ja, es ist irgendwie, es hat voll den Zelda-Style, das gefällt mir extrem. Das ist sehr traurig jetzt schon. Ich kann nicht mal sagen, warum ich es traurig finde. Die Eule bereitet ihre Flügel über den Wohlstand aus. Okay, dann lass uns mal zu Mama gehen. Oh, jetzt wollte ich das Bild eigentlich noch anschauen, verdammt. Tschüss an alle, die gehen müssen. Den Moment aufnehmen, ich glaube, das ist wichtig. Oh, warum? Warum? Das ist voll sad. Ja. Das ist ein Angenehm Stimme. Ja. 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 Gemeins ist mit dem. Ja. 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 Tambien war den Of Zut- property- Bruce. Until it got dark. Mhm. What an odd feeling. Like an absence, disappearing. The empty space fills itself back in. Kann es sein, dass wir Erinnerungen bewahren müssen, weil sie bald weg sind? Die Identität, die du sicher bist, um zu retten zu sein. Also think about what these items and what the memories would preserve about you. Let's do smell next. Find an object with a strong odor. Da kenn ich was. Ich bin Markus auf Klo. Trockenblumen, Süßigkeiten. Hm. Jetzt kann ich mir was eigenes aussuchen. Ingwerbier oder Löffel? Das hört sich alles so unfassbar traurig an. Aber. Okay, jetzt suchen wir jetzt erstmal was. Dann nehme ich hier jetzt was. So. Dann nehmen wir die Trockenblumen. Anciente Perfume. Süßigkeiten. Nichts ist ever lost. Ja. Nehmen wir das. Was auch immer das bedeutet. Was hast du für den Ruhm entschieden? Mein Schuss. Diese trockene Blume oder mein Pup? Was soll ich nehmen? Trockene Blume oder mein Pup? Ja, komm, in den Pup. Let's breathe in deep. Tweet die weinen. Your dad used to bring these flowers home from his climbs. Aww. They only grow high up in the mountains. He was a great climber. He even found us a new source of water. I hoped after he would climb less. Maybe even retire. But he always wanted to explore. And the only direction to go was up. Maybe the elder is letting you leave out of guilt for what happened to your dad. If someone has the energy to leave, it needs to go somewhere. He fell into the Fitz ravine. He never found his body. But doesn't he rest with us at night? Doesn't he appear in our dreams? How can such a human being depart this earth without leaving behind a trace? A trace as strong as the flowers would still have their scent. Darling, I don't want to lose this one. I can't lose this one. Can we put the flowers back, please? Ja, natürlich. Je stärker die Erinnerung, desto stärker der Anhänger. Boah, ich weiß nicht. Also es ist so, ihr verstorbener Mann oder unser verstorbener Papa, der in den Felsspalte geflogen ist, hat ihr die Blumen gegeben und sie möchte die eigentlich als Erinnerung nicht aufgeben. Ich sage ja, natürlich. Thank you. Das ist schon so unfassbar traurig. No. Natürlich darfst du die behalten. Dann nehme ich die Süßigkeiten. Sweet wax honey. How I've tried to save things. Ja, wir nehmen die. What did you choose for smell? Bonbons auf dem Tisch. Let's breathe in deep. Die nehmen wir jetzt. Es fühlt sich wie so an, als würde ich sie auch verlieren, wenn ich gehen. Ich erinnere mich. These were a present from your friend Pate. Soll ich euch das eigentlich vorlesen oder lest ihr selber? It was such a special gift that you wouldn't eat a single one. But after a while the candy became as hard as rocks. The candy was meant to give one moment of sugary joy. Selba, selba, okay. And you realized, we talked about this, that by trying to save them, they lost their purpose. It might have been better to just enjoy them. In the moment. Hm, verstehe, was sie sagen will. Rein damit. Brauchen wir was hören, ne? Klang. Also, jetzt touchen. Pick something with the texture you like. Okay, etwas was ich gerne anfasse. Meine linke Brust. Ingwer Bier. Naja, das würde ich jetzt alles nicht erst etwas betrachten, was ich gerne anfasse. Irgendwas blauschiges. Papier. Irgendwas weiches, schönes. My hand in my own hand. Nee, das können wir nicht nehmen. Das spricht zu, wie meine Mutter mich liebt. Das können wir nicht machen. Nein. Ich gucke mal in meinem, ich glaube, ich kann in meinem Zimmer auch schauen. Ich glaube, es muss gar nicht nur hier in der Küche sein. Ich weiß aber auch noch nicht, was die bedeuten. Wax, soft, ancient wall. Ich war lieb von Leuten, die ich keine Erinnerung habe. Ähm. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, wenn ich das alles hier tatsächlich so mache. Glossy, photo, surface. Na, das kann ich nicht machen. Ich war in der Glow of my parents' love. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht für den Anhänger verwenden. Ich würde gerne das da nehmen. Da war doch dieses Insektenhüll, alter Schrein. Try. Slime. I always had the intuition, the world could change completely. Ne, will ich nicht. Ich will diese eine, ich will den Ding haben hier. Das da. Ähm, den Keramik, das Keramiktier will ich haben. Cool, scratchy, palm, grains. Ja. A friend gave me this a long time ago. Den will ich haben. So what did you end up choosing? Steinfigur. Okay, feel the surface. The cool stone. I remember. This was in the months after your father passed. You didn't seem sad. But you just weren't interested in anything. It was hard to know what to do. One day, you and your friend Pate went fishing. He didn't catch anything, of course. But when I was putting away your bucket, we found this creature there. Pate had dropped it in without you noticing. Oh, süß. Einer mit. So, jetzt noch hören. So. Oh, Mama. Sehsinn. Oh, die weiß es. Wieso ist sie so traurig? Was habe ich denn vor? Das fühlt sich alles so falsch an. Also, was ich auf jeden Fall nice anschaue, ist dieser schöne goldene Käfer. Den hole ich jetzt. Das ist so traurig. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Pick it up, pick it up, pick it up. So, what did you end up choosing? When you were a little kid and I'd wash your pants, I'd check the pockets and find all kinds of little things you'd collected off the ground. Rocks, leaves, bits of string, and bugs. It happened less and less as you got older, but I remember the afternoon I found this beautiful blue beetle in your pocket. I thought, oh, this might be the last time. And this dead insect suddenly became so precious to me. What is it in our young eyes that imbue every small thing with meaning? Why do we lose this? I don't think you ever did. Feiner mit. Weiß nicht, wofür wir den Anhänger brauchen, das erfahren wir bestimmt gleich. Oh ja. Ich glaube, dass es um die Sinneswahrnehmung geht, um Erinnerungen, Momente so zu genießen, wie sie sind, weil heute von morgen alles weg sein kann, anders sein kann. Aber wir werden es... Was? Ich werde die Erinnerung verlieren, die gerade entsteht. Irgendwie verliert sie die Erinnerung, die sie da reingebt. Ich will sie immer wieder haben. Warum? 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 Ich werde hier aufhören. You're having a last taste of home. Now you're protected by lost memories. A gem of home around your neck. This is my only condition for letting you go. You must promise me never to take the pendant off. Okay. Ich darf den niemals absetzen. Ich spiel nicht damit herum. Ja, natürlich. Warum muss ich gehen? Warum? Warum? Warum muss ich gehen? Dankeschön, Isa. Vielen Dank für die Sabs, die sich nachher voll süß ist. Vielen, vielen Dank. Ausrüstung nehmen und gehen. Es ist Zeit, zu gehen. Warum, Mama? Erzähl doch. Warum muss ich gehen? Warum will ich gehen? Ich habe so viel verloren verloren. Wie kann die Welt fragen, mich zu verlieren, du auch zu verlieren? Aber kann ich nicht mehr zurückkommen? Ich mache noch ein trauriges Bild von meiner Mutter. Wer wäre es? Können wir nicht zusammen eins machen? Oder gab es Selfies damals noch nicht? Warum machen wir nicht zusammen eins? Damals gab es noch keine Selfies, ne? Ich glaube auch. Damals gab es noch keine Selfies, girl. Abschiedsritual. Abschiedsritual. Ich führte ein Ritual meiner Mutter durch. Okay. Das heißt, Abschiedsritual. Die Zukunft wird hören, was ich hörte. Die verlorenen Erinnerungen meiner Mutter schützen meinen Geist vor Krankheiten der Außenwelt. Was ist mit dieser Außenwelt? Warum misst unser junges Auge jeder Kleinigkeit eine Bedeutung bei? Ein Freund kann den Schatten des Kummers mit einem liebevollen Moment aufbrechen. Okay. Oh, süß. Ich kann es hier selber gestalten. Oh. Süß. Ich kann hier das alles reinpacken, wie ich will. Oh. Cute. Süß. Das ist ja PewDiePie. Das hätte ich jetzt aber eigentlich hier lieber alles rübergepackt. Habt ihr eigentlich auch selber so kleine süße Andenken? Oder so? Macht ihr so süße kleine Büchlein für euch? Selber als Note? Oder habt ihr sowas noch? Oh nein. Ich will doch das Bild meiner Mutter reinkleben. Ist doch gar nicht schön angeordnet. Ah, schon cool, wenn man das kann und macht. Ich will das Bild meiner Mutter bitte hier auch noch reinpacken. So. Du wirst da eigentlich ganz groß hier hin. Ich mach das da jetzt drüber. So. Schön. So. Sehr schön. Okay. Wie hol ich denn meine Kamera raus? Kann ich das irgendwo machen? Oder hab ich noch gar keine? Ah doch, hier. Neue Seite hinzugefügt. Das Dorf. Ich halte das hier für irgendwen fest alles. Als würde ich für irgendjemanden diese Welt, die wir jetzt kennen, festhalten. Weil diese Welt bald kaputt ist. Diese schöne Welt zerstört wird. Audio-Rekorder. Aufnahmen starten. Public sleep music is a tradition of ours here. Oh, öffentliche Schlafmusik. When the music ends, the village will begin to wake up. Es ist ja süß. Aber es ist so traurig. Why? Okay, also wir halten hier wirklich diese ganzen Dinge fest. Für die Nachwelt. Oh, schön. Ganz ehrlich, wie gern würde ich da leben? Filter ändern. Oh, ich kann ja Filter machen. Cozy. Oh, crazy. Was hab ich denn vor? Warum gehe denn nur ich raus? Entschuldigung, dass ich so viel fragen muss. Das Nacht, da war ein Goodbye-Party hier in der Plaza. Oh, wow. Everyone war so afraid for me. Oh, wow. To understand that fear, to understand where I grew up, you have to know the man standing watch over the Plaza, Dr. Fumia. Why is this so beautiful? Oh. Wieso gehe ich hier weg, Mann? Das ist ja vielleicht, weil sie krank ist. Vielleicht Erinnerungen, wenn man nicht mehr da ist, weil das alles verschwindet. Aber sie reden ja auch vom Ende der Season, also vom Ende des Zeitalters jetzt. Als würde hier irgendwas Schlimmes passieren. Wow, ey, geil. Wie gern würde ich da leben? Also, ich glaube, in solchen Dörfern kann man nur alt werden. Leb wohl, Caro. Sie sagen mir alle tschüss. Pate's little daydream of leaving this place, of seeing something weird. Dr. Fumia said the dream sickness was caused by something very powerful. he wasn't able to cure it. Die Wandgemälde. Dr. Fumia und his son founded Caro back in 776. They live on through our traditions. There are three murals celebrating Dr. Fumia's work. Wow, ist das schön. Oh, ich lieb's jetzt schon. Oh, ich lieb so was einfach. Ich weiß, ich lieb's einfach, Leute. Da ist auch noch eine Wandmalerei. Warum gehe ich? Habe ich schlechtes Internet hier oder was ist das Problem? Das wäre der einzige Grund, den ich nachvollziehen könnte. Remembering everything must be painful. Dr. Fumia brought peace to so many people here. Wer ist denn dieser Dr. Fumia? habe ich noch irgendeine Wandmalerei verpasst? Konnte ich was abtippen? Wo konnte ich was abtippen? Da lag noch was. Und vor allem, wo sind die Menschen hier alle weg? Ist ja auch gar niemand mehr hier irgendwie. Ah, hier, ja. riechen. Riechen. Es riecht wie ein olden Manns Toes dipped in Cinnamon. Ich hatte diese grossen Potion letzte Nacht. Wie mein Pendant. Es ist supposed to protect my brain. Da kann man ganz schön viel aufnehmen. Immer wenn dieses Dorf Inspiration ist, dann kann man was aufnehmen. Vielleicht auch das Geräusch der Bäume. Oh ja. Schön, wie ich das alles aufnehme. Aber es würde es nicht mehr Bäume geben in der Zukunft. Leute, mich verwirrt das. Mich macht das ganz traurig. Mich macht das ganz fertig hier gerade. Es ist schön, dass man das einrichten kann. Das ist so unfassbar cozy und süß, dass wir das so alles bekleben kannst. Ich bin ja immer die, wenn irgendwelche Paare heiraten und es geht darum, dass man, oh, Entschuldigung. A village that was created as a place to heal. Is that where my instinct to try to help comes from? It's so strange to imagine I'll be shaped by places and people I haven't met yet. So strange to imagine that I might feel at home somewhere else. Genau, ich bin immer die, wenn es darum geht, dass man Hochzeitsbücher bekleben muss. Dass Leute quasi sagen, mach du lieber nicht. Weil ich bin so untalentiert. Ich versuche das immer schön zu machen. Und am Ende wird es doch immer hässlich. Ja. Ach, die hören die die Geräusche, ne? Wahnsinn. Aber voll schön einrichten. Oh, da ist noch was. A wish fell off the tree. I'm not supposed to read them. But it might be good for you to have an example of one. Ah. Wand. Aufheben. I can go against tradition a little for prosperity. Hey, das Spiel ist jetzt schon richtig, richtig cool, ne? Das ist ein richtig schönes Game, wo du deine Sinne brauchst. Du musst hören. Ich höre hier jetzt Vögel. Ich höre die Bäume. Und das alles festzuhalten. Wo ist denn hier der Vogel? Ich höre doch die ganze Zeit Vogel rumschreien. This is the cafe where my dad used to read his poems. He wrote one for me. Maybe he wrote it for you too. Ist hier auch irgendwas? Ich höre die ganze Zeit Das hatte ich schon. Glaube ich. Okay. Am Baum selbst. Da habe ich ja schon aufgenommen. Ja, das habe ich schon aufgenommen. Okay. Das ist schön, das Spiel. Das ist einfach das Schön. Ja, vielleicht wirklich auch hier die Vögel, ne? Nee, es ist immer, wenn was dazu steht, dann ist es richtig. Mal vielleicht ein Foto machen von der Statue. Ich sehe schon, ich sehe schon. Die Leute sind richtig drin hier mit dem Game. Die sind richtig am Start hier. Eine Statue von Dr. Fumio und seinem Sohn. Hier höre ich Zikaden. Ich höre auf jeden Fall Zikaden. Die Eltern sought out Dr. Fumio to cure her mother, who was suffering from time misperception. So, Foto. Und vielleicht noch mal hier höre ich doch voll die Zikaden. Doch nicht, okay. Voll schön, ey. Wahnsinn. Toll. Toll, 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 toll. Okay, ich gehe mal runter. Das muss ich wahrscheinlich auch aufnehmen, oder? Machst du das bitte nochmal? Nee. Ich will nicht gehen, das ist so schön hier. Ein unfertiges Bild, muss ich das auch abfotografieren? Ich gehe hier mit meinem besten Freund Pate, auch wenn es nichts gibt. Wir haben beide den Silenz. Karo. Karo Village was founded during the modernity. Much later, Dr. Fumio arrived and remade it in his image. Oh, Duft. Ganz wichtig, Blume pflücken. This flower means you're in. The morning after the search was called off for Dad, our doorstep was covered in them. Oh. Oh, ist das hier gruselig. Das ist wahrscheinlich so ein Seilentill. Ah, der Luftzug. Doch nicht. Also immer nur wenn ein Note noch dazu steht, dann ist es was besonderes. Oh, da geht's in die Außenwelt, glaube ich, oder? Kann ich die... Ah, die Geräusche. A trip. Just as slow, reliable. And oddly satisfying as life itself in Disney. Ah, das war der Tropfen, ja. Das war gut. Ich weiß nicht, was ihr alles für die Nachwelt aufbewahren soll. Aber ich versuche so viel es geht. Hallo ihr Süßis. Auf in die Außenwelt. Willkommen zu Stuttgart. Wow, schön. Wer will denn da weg? Und er hört meine Sachen auf. Und er hört sich. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead. For the unborn. Do you listen for yourself? Du hörst für die dead, für die unborn. Deine Ancestors sind in dieser Dirt. All die living und all die dead sind dich aufzuhalten. Jetzt stand. Sie sind noch da, sind sie? Es ist Zeit, um sich zu verändern. Um sich zu entangeln, überall mit allen. Also die nächsten Mal, wenn du in der Dirt schlägst, hast du so viel mehr, um ihnen zu erzählen. Ich habe immer gefragt, was auf der anderen Seite dieser Garten ist. Heute find ich es. Ich weiß nicht, was auf der Seite ist. War ich nie draußen? Bin ich nie mal raus und habe mir die Welt angeschaut? Warum nicht? Was erwartet mich denn da draußen? Das hört sich irgendwie total spooky an. Kann ich da runterfallen? Ne, oder? Ne, es lässt das Spiel nicht zu. Sollte eigentlich auch noch von meiner Heimat dann gleich hier ein Foto machen. Und vor allem ohne irgendwie... Irgendwie... Oh... Fahrrad... Okay, dann mach das nicht. Süß, wie ich das alles irgendwie... Ich mach nochmal ein Foto von meiner Heimat. Ich ziehe eine Fotografie von jedem, den ich jemals kennengelernt habe. Ich ziehe es fest. Das ist so traurig. Warum muss ich gehen? Hey, Fahrräder. Sag bloß Fahrräder to go. In Stuttgart wären die schon längst weg. Pate fixed up three bikes instead of one. Oho. Nimm mein Fahrrad und verlasse Karo. Nimm dir hier... Ja, auf jeden Fall. Let's go. Geil. Gelb, blau, rosa. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Rosa wäre aber auch eigentlich cute gewesen. Verdammt. Und blau auch. Mensch. Season ist so ein schönes Game. Hab ich heute auch erst beendet. Echt? Das ist traurig. Muss am Ende weinen. Geil. Hey, holy. Cool. Wow. Wow. Moment, da muss ich doch gleich mal ein Foto von machen. Steig ab. Ey, warum war ich die ganze Zeit... Warum bin ich nicht rausgegangen? Aber geht es eigentlich darum, dass irgendwas Schlimmes passiert? Dass wir irgendwie sterben? Oder... Wieso beendet diese Season? Wow. Es ist schön. Oh. Ich hab am Ende geheult. Oh. Wie schön. Es ist nicht schön. Oh. 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 Was ist das für eine geile Gegend, man? Wow. 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 Ja, wie schön. Oh, geil. Oh, der Helm, ne? Und warum ist hier kein Mensch? Irgendwie bin ich hier komplett allein? Das wäre doch eigentlich schon der komplette Insta-Spot hier. Hier wären nur noch Leute und Touristen. Eigentlich am Start. Boah, ist nochmal den fünften Gang schalten hier. Aber... Müsste ich vielleicht von hier auch Fotos machen? Warum ist das so schön? Hier ist alles schön. Ich weiß leider nicht, was ich fotografieren soll. Das ist ein bisschen das Problem. Ey, die Controller sind so krass, ne? Wie die nachgeben und schwerer sind, wenn du gerade anfängst zu radeln. Das ist so krass. Wow. Okay. Ich glaube, hier gibt es 100 pro Dinge, die ich finden kann und sehen kann. Das sieht hier schon mal sehr. Postkarte aus Tieng-Tal. Was ist da hinten drauf? Lesen. Rückseite. Hey, rate mal, wo ich bin. Ich hoffe, du hast zuerst auf diese Seite geschaut. Ich muss dem Geburtsort von Manches die Ehe erweisen. Hier gibt es so viele Touristen, aber der Ort hat auch etwas Seltsames an sich. Sind das irgendwie Postkarten-Sachen von Verbliebenen? Oder warum liegen die hier einfach draußen? Es würde doch nie jemand hier einfach so offen stehen lassen. Brief öffnen. Oh, ich wollte sie eigentlich lesen. Oh. Oh. The season before this one, the war, seems so horrible. Oh, okay. Kann ich das nochmal lesen? Da, den Brief. Äh. Kann ich den irgendwie nochmal lesen? Ich werde überrascht werden, wenn dieser Brief dich erreichte. War has become like a dangerous sleeper, trashing in bad eyes, closed tight. I've noticed how the soldiers trip people of their clothes. A smaller degradation which permit everything that follows. Also es ist ein ganz schrecklicher Krieg. Er glaubt, er stirbt und wundert sich. Sagt er auch, ich würde mich sehr wundern, wenn der Brief bei dir ankommt, weil der Krieg ist schlimmer als er ahnt. Brief öffnen. Lieber Cornelius, ich habe darüber nachgedacht und muss es dir sagen. Der Name, den du für dein Baby ausgesucht hast, er ist schrecklich. Bitte nimm ihn nicht. Ich bete, dass dieser Brief sich noch rechtzeitig erreicht. Mit besten Grüßen, der Herr Reno. Oh, oh. 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 Ich glaube davon sollte ich ein Foto machen, oder? In der Stadt, diese Kräne sehen wie kleine Kreaturen. Grazing. Oh. 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 Ich weiß nicht, dass es richtig ist. Oh, oh. Ich habe den Sekens gar nicht gucken. Danke sehr gut für ihn mit. Before setting up in Kero Village, Dr. Fung-Yu roamed the land, curing people. It must have been hard when he wasn't around anymore, especially for people who couldn't travel to the village. Traitors used to come to the outskirts of the village. The war put an end to this. Skizzieren. Ich habe so ein geiles Leben gerade. Also die, die chillt hier einfach in der geisten Location überhaupt. Die andere Video, witzig, dass du fragst am Sonntag. Oh, es ist schön einfach nur. Aber ich vermisse so die Natur. Ich finde auch in den Städten gibt es so wenig Natur. So Vögel zwitschern. Oh, wo sind die Vögel? Ja. Ja, ich brauche mal wieder ein bisschen eine Dosis Österreich in den Bergen. Ja, das brauche ich. Ein paar Sonnenstrahlen. Das ist, was ich brauche. Oh, das nehme ich auf. Die sind sehr laut. Ich wünschte Menschen, die zu singen, statt zu sprechen. Das würdest du dir bei mir nicht wünschen. Ist gar nicht so witzig und zufällig, dass die Gnus fragen, die sehen in Discord und die andere und Co. Ach was? Echt? Ihr Schweine seht das, wenn ich das spiele? Hey, klein Stalkerchen. Kann man da irgendwie hoch? Da sind doch Blumen da oben. Ich sehe es doch genau. Naja, let's go. Keep rolling, rolling, rolling. Uh, Bambus. Den ganzen Weg, also ich weiß, warum ich nie wieder nach Hause gehe, warum ich mich von meiner Mutter immer verabschiedet habe, weil den Weg fährt keiner mehr freiwillig hoch. Auch nicht im, äh, im ersten Gang. Wow. Jetzt wird es aber nicht mehr, jetzt wird es hässlicher. Hey, nein, es wird nicht hässlicher, ist immer noch geil. Hey, wie gerne will ich da jetzt mitfahren? Ich kann zwar nicht gut Fahrrad fahren, aber ich würde es schaffen. Das ist so beautiful. Cool. Ist einfach nur schön. Jetzt noch bestimmt auch was, was ich nicht nehmen kann, oder? Wasser. Ja. Inspiration hinzugefügt. Muss ich davon auch Fotos machen? Oh, ich werde auch so gerne. Kann ich auch die Blumen fotografieren? Sind die auch wichtig? Ja. Ja, tatsächlich. Um Gottes Willen. Was ist eigentlich mit meinem Fahrrad? Das hat auch noch gar kein Foto-Shooting bekommen. So, jetzt. Okay, let's go. Also, ihr könnt hier alles abfotografieren, glaube ich. Gibt's ja auch irgendwo. Das sollte ich vielleicht auch noch abfotografieren. Ich habe gehört, dass die Tide nicht mehr prädiktiv waren. Oh, da kann ich rüber, oder? Ja. Da gibt's mehrere Wege. Und ist der hier quasi jetzt over. Ah, okay, der ist vorbei. Weil der überflutet ist. Ah. Schon sehr schön, aber auch sehr unheimlich. Einmal das so knarzt. Wirklich sehr ungesund an hier. Mal schnell weg. Und vergiss nicht, dass du auch ein Aufnahmegerät hast. Und nicht nur ein Full. So, genau. Ich nehme schon die ganze Zeit fleißig auf. Ich hoffe eigentlich, dass ich hier noch irgendwo einen Frosch... Ich weiss nicht, was es ist. Boah, der vibriert ja richtig hart. Gibt's nicht auch bei Eis.de? Ich habe gehört, dass die Stadt verabschiedet wurde, wegen einer Mind-Disease. Ich habe auch eine Ziege daheim. Oh, die das... Was? Die kennt keine... Ziegenähnlich? Steinbock. Wieso war ich nicht draußen? Weil so lang Krieg war? Ich verstehe es noch nicht. Oh, da hat jemand auch wieder einen Stream geschafft. Hallo. Okay, let's go. Kann ich die überhaupt fahren? Oh, nee. Das ist doch ein Schaf hier, oder? Sag mal dein Gesicht, sonst sieht man nur deinen Ass für die Nachwelt. Das ist ja einfach... Wo gehören die denn hinten? Geben sie uns bitte ein Interview. Oh. Interessant Statement. Ach komm, streicheln wir auch noch. Okay, now I got it back. I'm in control. I can easily pet certain four-legged animals. Außer Bären nicht, bitte. Let's go. Let's get ready to rumble. Wuuu. Oh. So richtiges Fahrradgirl. Oh, es ist so schön, das Spiel. Das macht so Spaß. Lalalalalala. Das hat so ein bisschen Life is Strange Touch. Das liebe ich ja auch sehr. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas abfotografieren muss. Nö. Ist echt cool, weil du gehst echt mit den Sinnen ran. Du guckst, was hörst du, was siehst du. Ich glaube, so intensiv habe ich einen Spielstand mit Glocke läuten. Ah, süß. Wow, also wirklich. Es ist so schön. Warum? Was passiert? Es hört sich alles so sad an. Oh. On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is. How it goes and goes. I pass through it, where others passed before me. The blades turn, but I bet they don't generate any power. Probably just swirling through it. Die Witter muss man auch aufnehmen. Die ist schön. Es ist trotzdem immer noch schön. Ich höre doch ein komisches Geräusch irgendwie. Okay. When a season turns, the reasons behind things might disappear. Ah ja, hier vibriert's. Okay. Hey, es ist so schön. Ich muss es echt sagen. Ich habe richtig Bock auf Natur. Ich glaube, ich gehe nachher einfach mal alleine raus. War ich zwar heute schon mal. Aber man sieht es viel zu wenig. Es ist einfach schön. Wenn ihr irgendwo lebt, wo viel Natur ist, ihr seid gesegnet. Wahnsinn, dass das Fahrrad das mitmacht hier durch die Felder. Eigentlich sollte ich das auch mal abprotografieren. Und ich bin so richtig in der Apotografiersucht. Hier ist alles zerstört vom Krieg. Und ich war gefühlt nie draußen. Ich würde gerne das Gewitter aufzeichnen. Was ist das hier? Was ist das hier? Warum stimmst du hier allein? Every line is dead. Every wire is cut. Also, jede, eh, jede, also das Telefon ist halt cut. Hasse ist hier. Jede Leitung ist tot. Jedes Kabel durchbestimmt. Ich hasse dieses Zeitalter. Irgendes war es die Brücke zu fotografieren. Diese Struktur dominiert die Landschaft, aber es wurde nicht dafür gemacht. Es ist dafür, dass es durch die Passage geht, dafür, dass es anders geht. Es ist halt echt cool, wie schnell man auch mit dem Rad ist. Also wenn du irgendwo dahinter fährst oder entgegen fährst, kannst du direkt wieder schnell umdrehen. Es ist nicht sperrig. Du cruised einfach deinen Weg. Oh. Aufziehen. Eine Melodie ist wie ich hier alleine. Aber ich kann nicht... Ich habe das Gefühl, dass sie diese Musikboxen benutzen, um zu schlafen zu fallen. Eine Stimme, eine Melodie. Alleine in der Wildnis hält nicht lang. Zwei Stimmen, eine Melodie und eine Harmonie können eine Weile über... Ah. Muss ich vielleicht die da hinten auch anmachen? They kept themselves company with music. Two voices is like me and my mom. Ah. Hier nochmal. Three voices is as complex as life is supposed to be. Three voices is as complex as life is supposed to be. They used the walls like I use my journal. Sie redet so, als würde sie da nichts von wissen. Also so, sie war nie draußen und jetzt ist sie draußen und beobachtet, was in der Außenwelt so abging. Hallo, Föhexchi. Schön, dass ihr alle da seid und immer hierher findet. Freundlich. Süß. Ich traf einen Fahrer von einer Gruppe, die eine Gemeinschaft aufbaut. Ich fahre mit ihm. Lebewohl, einsamer Ort. Lebewohl, einsames Zeitalter. Looks like they made it out of here. But what is this group? Hm, diese Geräusche. When I was a kid, I heard voices talking inside the sound of rain. I still listen for it, even though I know it's not there. Danke für die Sapse Süßis. Die lese ich dann nachher vor. Vielen, vielen Dank, Leute. Für ihren Frosch. Okay, hier geht's weiter. Ich bin ganz durchnässt. Oh Gott, wie einsam. In den Empty Placen, ich habe eine Companionship gefunden in den Tapen, die ich vorgebracht habe, bevor ich zu Hause verlassen. Die Älder erzählte mir die Geschichte ihrer Leben. Ich hörte zurück, ready zu nennen, was das wichtig ist. Oh, Süß. Ah, das hör ich mir jetzt gerade nochmal an. Ah, das ist auch noch mal. Okay, wie sollen wir diese Geschichte weiterhelfen? Wie heißt du wirklich? Wo bist du geboren? Was? Auf dem Meer? Ah, okay. Er hat dann wirklich... Stimmt, nenne ich es irgendwann auf dem Meer, wenn man sagt, wo bist du auf die Welt gekommen? Um Atlantischen Ozean. Floating cities. Most won their independence by the time I was born. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. Pleasure boats with a radical political program. How nice. The golden age was a time of flags, logos, mottos. My mom taught me to read them. She was a ship's philosopher. My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death. Ich frage mich, ob das sogar unsere Zeit nach unserer Zeit ist, also dieses Spiel nach unserer Zeit spielen soll, weil man weiß es ja noch nicht. Oder die sagen wirklich, es ist jetzt irgendwie auch gerade von dem, was man ja alles hat. Man hat ja Fahrräder und allem. Ob das irgendwie jetzt ein schlimmer Krieg war in unserem Leben in der Zukunft zeigt oder noch irgendwo zwischendrin. Woher stammt deine Familie? Erzähl mir mehr von deinem Vater, erzähl mir mehr von deiner Mutter. My grandparents played with the past. They changed it like we change our wardrobe. So it was a different answer every time. But they often said we were exiles of some kind. Exiled royalty from a secret lineage. Or exiled from the mouth of some great Leviathan. When they were older, they just said, we're from here. We're from right now. I loved the way the ship would tilt and roll with the waves, especially as I fell asleep. Picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked asleep as a baby. Oh, da hat ich jetzt auch richtig Bock drauf. I loved exploring the ship too. Wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms. So schön, einfach geschrieben, beschrieben, gesprochen. A large, elegant one and another one. A lot of my firsts were down there. My first dance, my first kiss, and so forth. Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cachet. It took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out. But they knew, I guess. Was ist dann passiert? Wahrscheinlich alle getötet wurden, ne? Even as things got bad, I couldn't imagine that changes were permanent. It's easy now to look back and say, the internationalism of the golden season was violently breaking down. You can be naive about all kinds of things, but not war. Most of my life has been spent in isolated communities. And the one moment, the one moment I was in the wild world, you couldn't pick a more chaotic time. And we had been warned the season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we saw beautiful lights shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. We just thought, well, ain't that pretty. We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. I thought it was all temporary. I couldn't see how things would return to normal. But I was sure they would. Aside from that delusion, I was okay. Jetzt denken sich die Leute aus dem Krieg auch, ne? Die dachten auch, ach ja, das ist ganz schnell vorbei. Und dann... Are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. Jetzt wird die Geschichte düsterer. Wir machen weiter, ich will jetzt alles wissen. Okay, so... Conditions in the camp are getting worse. My mom got lost in thought for long periods of time. She'd be completely still for hours, days even. We realized she caught... Well... Now we call it time misperception disorder. Zeitwahrnehmungsstörung. It's when you lose your ability to tell how much time is passing. Crazy. A minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. Kennt das jemand? Wie fühlte sich dabei? Wie bekamen sie sie? We don't know exactly. Our consciousness is delicate. There are minerals and sounds that can adjust it. Dr. Fumio's greatest fear was that someone would use this as a weapon. Demenz, oder? Is it then? We heard about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. I decided to go find him. Wahrscheinlich, ne? I found out his name was Dr. Fumio. And he traveled with his son Lucio. People talked about him like he was a god. The prismatic grounds had roped almost everyone into their system until they reached the far waste and heard, no, nobody reacted well. It got to the point of, you know, neighborhood against neighborhood. Grievances had been buried so deeply, we forgot they were there. It felt like things changed overnight. I'd passed through a city and hear later that they'd torn each other apart. And I could not imagine it. And are we now just a little bit of a war? Probably already, ne? I described my mom's condition to Dr. Fumio. He said there was no cure yet. But there was a village high in the mountains. He thought it was high enough. He'd have a better chance of treatment. Yeah, deswegen sind ja viele Krankenhäuser auch auf Hügeln oder eher hoch gebaut, weil man gesagt hat, dass quasi die Heilungschancen, wenn man höher ist, besser sind. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. He invited me to join them in going to the village. But I wanted to go back and get my parents and bring them with me. Ein Dorf oben in den Bergen, da sind wir doch im Prinzip. Yes, our Carrow village. People thought it had been destroyed or was a myth. But Lucio had a vision which showed us how to get here. I packed my things and got ready to leave the next morning. That night, my mom came to me in a dream. She was standing in a field of flowers. Thank Crohn's as I last saw her. We were the same height. She pressed a finger hard into my palm. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. I knew no matter what I did, I'd never seen my parents again. In the morning, I told Dr. Fumio, I would follow him to Carrow village. The next few weeks were very physically tiring. Hiking, climbing. And when we found the village, building, planting, cleaning. Fumio brought sick people from all over the world. When they got better. Oh, die ist so eine angenehme Stimme. Ich werde richtig müde, weil es so angenehm ist. Okay, wir wussten also nicht, dass der Krieg zu Ende ist, deswegen haben wir das Dorf nicht mehr verlassen. Things like peace just swept over the earth in a split second. There was a party in the plaza to celebrate the end of the war. But I couldn't bring myself to go. Yes, it was over. But at night, as I was falling asleep, I felt the bed tilt and sway gently. As if it was being tossed in the waves of the ocean. As if I was back in my bedroom on the ship. As if I was back in my mother's arms. Being rocked gently to sleep. I knew I was finally home. And nothing could hurt me. Aww. Oh, das ist so ein schönes Spiel. Ich glaube, ich knall mich heute Abend ins Bett und spiele das vom Bettchen aus. Nein, ich spiele es mit euch. Aber das ist so ein... Das wird ein bisschen besser vom Wetter her. Katsching. This valley is asking people for a visit. I should oblige it. Woohoo! De-de-de-de-de-de-de-de! Woohoo! Muss ich gleich die Straßen auch irgendwie abfotografieren? Die hatten wir jetzt ja auch noch nicht. This is a truly enormous, impassive Structure. Boah, ist das ein Damm. Ein Riesendamm. Boah, mit dem Fahrrad erstmal runter und dead. Da sagt sie nichts zu. Wahrscheinlich weiter hoch. Dass hier überhaupt echt niemand ist, sind die alle tot. Oh, wow. Oder irgendwie auch runter fotografieren. Irgendwie triggert da gar nichts. Okay, wir fahren mal weiter. Schön. Einfach nur schön. Hier kann ich wundervolle Sound aufnehmen. Ein Geschenk der Pisma Arbeiten. Wir haben niemals diese Art von Technologien in meinem Village benutzt. Niemand hat es vertraut. Okay. Mal gespannt, ob ich hier draußen überhaupt Menschen treffe oder finde. Oder ob es hier wirklich niemand mehr gibt. Ob alle tot sind. Nach dem Krieg. Wirkt ja nicht sonderlich belebt hier. Oh, jetzt wird es schwer. Oh. Oh, dieser verflixte Gang. Oh, was ist das? Ist das ein Auto? Ist er immer drin? Der Motor ist noch an. Wir sind nicht allein. Must be a car, but it looks weird. I haven't seen one like this in my books. Ist noch an. Oh, andere Menschen. Unsympathische Menschen, oder? Oh. The valley. Gather around the Greyhound. One second. What will happen when we do as instructed and gather around this fake person? Is that a strudel-fop- What are they called? What is it? I love old gear like that. It's getting more and more rare. I had a camera, but it broke. Not that interesting of a story. I- What are you doing here? What are you? Just in time. Here I am. What kind of stuff are you recording? Alles, was mein Interesse weckt. That's the way to do it, if you ask me. I mean, if anyone asks me, I mean, the valley would be a good place to use those tools. Too bad it's closed down. Let me finish up here, huh? Okay. Mach nur. Ich will das hier gerne mal festhalten. I've heard sounds that can heal the mind. It feels like this noise would do the opposite. Wäre viel cooler, wenn ich mit dem fahren könnte. Ich würde gerne das fotografieren. Kann ich mit? This was like a second home for a while. That was fun earlier, when you shut up. And I was carrying the cardboard man. You were like, who are these guys? Heh. Heh. I've been pretty bored here. You know, the valley is going to be flooded soon. Überflutet? Ach so. Oh. Oh, what? Wann wird der brechen? In ein paar Tagen? Das weißt du jetzt schon. Tag 0. Wer ist wir? Die grauen Hände. Ist dann die Season beendet, weil der Damm einbricht? Die armen Ziegen. Wir sind neu. Was mit den grauen Händen gemeint? Es war supposed to be, because we're helpful, yet neutral. Ah, okay. Hilfsbereit aber neutral. Wir haben ein Voten und entschieden, die Namen zu ändern. Wir wollen etwas mehr freundlicher. Ich bin gespannt, was es sein wird. Wir versuchen, neue Dinge zu machen. Die Rainbowhände. Aber es ist schwer. Der Vergangenheit hat wirklich eine kreise Grip auf den Menschen. Es fühlt sich nicht wie eine fairer Kampf. Also, wir versuchen, zu... Well. Anyway. Es ist lustig. Ich stand hier für eine Woche. Und ich habe nur Grauen Hände gesehen, wie ich mir selbst. Und Valley-Leute auf dem Weg raus. Aber jetzt sehe ich dich, und du bist wie ein... ...neuer Element oder so. Weil ich noch nie draußen war. Ich habe nie jemanden gesehen, was du tun hast. Und wir Grauen Hände müssen neue Dinge unterstützen. Also... Oh, cool. Ich darf ins Tal. Ich darf ins Tal, wo es überflutet wird. Okay. Geil. 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 Wir haben eine Karte, endlich. Das sagt jemand. Das ist so ein schön spielig, Heuling. Voll. Ich werde also alles gegen Mitternacht abholen. Bis dann. Okay, cool. Voll nett. Darf ich bitte auch deinen Van haben? Ich habe einen Grauen Hände gesehen. Er hat mich in die Valle. Ich glaube, er wollte mich auf dem Grauen Hände schreiben, was die Grauen Hände waren. Und er hat mir eine Karte gegeben. Der Anstieg war ein guter Ort. Der Anstieg war ein guter Ort. Ich frage mich, was er mich in der Valle erwartet hat. Der Veröhrer hat nicht gedacht, dass ich keine Fläche habe. Das könnte ein Signes sein, dass die Seizein sich verändern. Der Seizein ist verändern. Es scheint, dass ich die Nacht in der Schrein warte, um die Schrein zu haben. Was? okay respektiere die einwohner des tinktals sie sind keine schauspieler touristenführer oder tiere sondern hart arbeitende leute es wäre gut wenn du den ganzen müll und abfall von den kiosken einsammeln könntest bevor du gehst oh ja ich bin der der alle fotografiert und gefragt okay geil let's go leute das spiel auch dieses liebs just the first in a long time ob ich hier noch von den flaggen oder machen the elder said that people were exhausted by symbols after the war but here are a few hängen er lässt mich hier wirklich durch na dann let's get ready der rombo hier ist ein blitz eingeschlagen kenne ich das überhaupt gewitter blitz einschlagen ich weiß auch gar nicht was ich hier fotografieren soll und was wichtig ist jetzt gehen wir mal ins tal rein es wird anscheinend alles überflutet ich will endlich wieder sonne haben von den ganzen weg muss ich wieder hoch foto 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 Oh, schön. Ich lieb's. Ich lieb's einfach nur. Wie kann man's nicht lieben? Ich bin wie eine Oma beim Foto machen. Voll. Wow, wir sind jetzt in einem neuen Tal. Ich bin wahrscheinlich die letzte Person, die hier hier von diesem Zeichen willkommen wird. Ja, ja. Das wird überflutet. Voll traurig. Welcome. Ah, okay. Die ganzen Punkte die ich ab... War das nicht so, dass ich bis mitternacht nur Zeit habe? Die Elder told me there is very little information about the years before 500. All above will remain. All below will wash away. I have wondered about the lives beneath unkept graves. Einfach zu schön. Da geht's auch lang. Fahr mal hier ab. Oh, ruhiges Teichgebiet. Wow, ey. Da kann man so viel erkunden. Ich könnte sowas nicht allein machen. Ich muss immer jemanden dabei haben. Sagen, guck mal wie schön. Tut mir leid. Aber was ist eine Gedächtnisblume? Oh, die muss ich bestimmt abfotografieren. Was zur Hölle? God of sleep. Ich habe mich gegründet. Und ich habe mich gegründet. Ich habe mich gegründet. Ich habe mich gegründet. Wenn meine große Bedeutung ist falsch. Wenn es gegen die Divine Willen geht, bitte, spill die Leute auf diese Valle. Wir sind so stolz für Frieden. Er ist 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 so stolz für Frieden. Gruselig. Kann man da noch irgendwas machen? Könntest du auch dein Tagebuch designen? Natürlich designen! Wow, das ist so ein schöner Teilchen. Ich muss das hier wie einsammeln. Oder bleibt es einfach so. Das ist einfach beautiful. Oh. Nee, muss nur aufnehmen, wenn nicht. Okay. Jackass! Irgendwie ist diese Erinnerung da oben so heftig. Oder ist da schon wieder was neues? Das ist neues. Diese Blumen reden mit mir! Das ist ja absolut schön. Hungry Eyes and Empty Stomages. Hungrige Augen und leere Mägen. Hungry Shies! Okay. Perfekter Livestream, wenn man gerade eben krank ist und Kopfschmerzen hat und eine gute Besserung. Ja, ich mache eine kleine Tour mit euch hier. Eine beautiful Tour. Weil da ist ein Schild. Ne? Äh! Ah nee, doch nicht. Wurde verarscht. Dann machen wir wieder Jackass. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Pude-Frasen mit genug. Voll. Or the last voice to cry out in the wilderness, not even be human. Wow, da gibt es ja eine Riesenmenge zu begutachten, ey, Wahnsinn. Das sieht aus, als wäre hier so eine Art Flot-Zone. Ah, okay, wird es überflutet, deswegen... Hier ist die Flutzone. Sollten wir vielleicht nicht zu lang hier bleiben? Die Überflutzone! Ich glaube, da kann man ganz schön schnell im Arsch sein, wenn man hier zu lang bleibt. Ist es eigentlich so, dass das Spiel jetzt die Zeit hier... Also ist es so, dass das Spiel von der Zeit her, je nach Ebene, wo ich hingehe, die Sonne untergeht? Oder haben wir hier eine Echtzeit? Weil ich darf ja hier gar nicht so lang bleiben, haben die ja gesagt. Das überflutet ja hier alles. Ähm... Ich erkläre euch mal das Spiel. Also es geht darum... Wir waren in einem schönen Dorf ganz weit oben in den Bergen und waren, glaube ich, noch nie draußen. Draußen herrschte Krieg. Und wir gehen jetzt das allererste Mal raus in die Welt und fotografieren und filmen alles für die nächste... für die Nachwelt. Weil unser Zeitalter, unsere Season endet. Es kann sein, dass hier alles überschwemmt wird, wir alle sterben. Das weiß man noch nicht. Aber wir halten für die Zukunft in einem Buch alles fest für die Menschen, die wahrscheinlich die Natur und alles, wie es jetzt ist, nicht mehr sehen werden. Und ähm... Das wirkt so in dem Spiel, dass in den nächsten Wochen irgendeine Bedrohung kommt, weswegen alles weg ist und wir versuchen das quasi alles zu dokumentieren, aber mehr wissen wir auch noch nicht. Aber es ist ein super cozy Game, super nachdenklich, super traurig und super schön. Ähm... Und deswegen lasst uns mal ein bisschen weiter recherchieren, was hier so geht. So. Interessiert? Den grauen Händen beizutreten? Was wollen sie tun? Sie wollen ihre unendliche kostbare Zeit auf dieser Erde verbringen? Wir lassen eine Stelle speziell für sie. Danke schön, Outtide Island. Danke schön. Hm, ich glaube, ich gehe mal noch kurz hier nach hinten. Und wir können halt hier immer Fotos machen. Und halt auch den Ton aufnehmen. Also wir halten hier quasi auch die Geräusche fest. Okay, mal gucken, was hier hinten ist, ob hier hinten irgendwas ist. Ich nehme mal mein Fahrrad mit. Ich fahre ihm einfach mal lang, dass es mich eigentlich so fies geht. Wow, oh schön. Oh, cute. Kuhfarm, ich will ein Foto machen von dir, damit die Nachwelt weiß, dass es mal Kühe gab. Mal gucken, ob ich auch das Fressen aufnehmen kann von ihr. Ja, sehr schön. Und ihr habt hier auch quasi dann ein Notizbuch, da habt ihr dann immer die Möglichkeit, in die Kuhfarm alles einzutragen und könnt hier immer alle Bilder mit einpacken und das Buch bekommt dann jemand später, der halt dann sieht, wie die Nachwelt aussah. Ist immer ganz schön gemacht. Ist echt, ist echt, oh, ist es schön. Mach mal ein Foto. Und von der Farm natürlich auch. Eigentlich volles trauriges Spielen, wenn du überlegst, du musst, alles das hier wird irgendwann nicht mehr sein und du musst es festhalten. Da sieht man einfach mal, wie viel... Wie viele schöne Dinge wir eigentlich haben und es gar nicht zu schätzen wissen mehr. Wie viele Gerüche, wie viele Musik, wie viel Klänge, wie viel Geräusche, wie schön alles aussieht. Ist eigentlich total traurig. Und du bist Matta. Süß. Es ist lieb. Gucken, gibt es ja auch irgendeinen Sound, den ich aufnehmen kann. Ey, ich stecke fest. Nein, ich stecke fest. Muss ich auch davon ein Foto machen? So Zwiebeln und sowas? Werden wir das auch irgendwann nicht mehr haben? Sind mir jetzt nicht so sicher. Jetzt kann ich auf jeden Fall alles eintragen. Hinten ist auch noch ein Stall. Wir gehen mal hier rein. Und was ist da oben? Oh, ein Häuschen. So, das Gefühl, dass hier auch gar keine Menschen mehr leben. Ja, aber keine Menschen mehr irgendwie. Was ist das? Hm, Ice Cream. Ich kenne das alles auch gar nicht, ne? Also irgendwie die, ähm, die war irgendwie nie draußen. Die kennt das alles gar nicht. Hat der ein Toupet auf, oder wie? Hm, sieht aus so. Die Steuerung ist voll angenehm. Geht's hier hinten auch noch lang? Ne. Das ist halt echt so ein schönes Game, wenn du nach Hause kommst und du weißt, du hast Wochenende. Dann flackst du dich auf die Couch und draußen regnet's und dann schaust du dir diese schöne Welt an. Oh, das muss ich auf jeden Fall aufnehmen, die Geräusche hier. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das hier? Ein Brief. Wir werden evakuiert. Sie bringen uns in ein Wohnhaus in der strahlenden Stadt. Also die Menschen wurden auch vor dem Krieg, äh, quasi alle evakuiert. Da ist kein Platz für Tiere. Es bricht mir das Herz, aber ich muss euch alle hier lassen. Ich habe das Radio auf eure Lieblingssender gestellt. Ihr wart immer gut zu mir. Oh Gott. Ist ja traurig. Diese Leute mussten so viel hinterlassen. Ja, schrecklich. Ich nehme das mit. So. Wieder aufstellen. Einschalten. Oh, wow. We got a big show today. Huge show. Breaking news. The Greyhands have died. We're being reborn, baby. And we're taking suggestions for our new name. Live, on the air suggestions from the rank and file. You don't even need to be a Greyhands to suggest a name. True. True. The number to call is 0019. That is 0019. You are listening to Greyhands Radio. First caller. Hit us with a name. Ah, hi, yeah. I was thinking the bricklayers. Okay. Bricklayers. Laying some bricks. Hmm. Well, yeah. Thanks for the suggestion. We'll be taking them all afternoon, so keep them coming. That number again is 0019. Merkt euch die mal. Vielleicht können wir die irgendwo mal anrufen. We are broadcasting live from Greyhands HQ. And we're gonna take a little break. Genau, diese grauen Hände sind quasi... If the Greyhands are changing their name, you'd know them as something else. Die sind quasi jetzt da, um nach dem Krieg bisschen Verordnung zu sorgen. Kanal wechseln. No. Oh oh, die wollen jetzt gefüttert werden. Ich hab aber nix. I like the tune well enough. Ach, guck mal. Oh, sind die alle hergekommen. Süß. Weil sie die Musik mögen. You are a cow and you are named Krass Nahorkai. So, dann kann ich quasi hier rein und kann meine ganzen Bilder hier dazu packen. Und die Person, die dann später mal dieses Buch finden wird, kann dann quasi sich das alles hier anhören. Und deswegen kann man das auch immer schön gestalten. Man soll es auch gestalten. Es ist schon echt super cozy. Ja, ich sag ja auch, es ist echt schade, dass wir heutzutage auch keine Alpen mehr haben. Sie lebten hier. Sie lebten hier. Sie lebten auf der Land selbst. Ich hoffe, in der Zukunft, dass zumindest einige Leute noch so leben. Das hört sich alles so traurig an. So, hier mit der Musik holst du die Kühe. Und da haben wir noch das hier. Genau, alles was ein Ausrufezeichen hat, sind quasi Dinger, die wichtig sind. So, das sind die Sachen. Wo sie was dazu gesagt hat halt im Prinzip, ne? So, okay. Ach guck mal, ihr könnt es sogar... Oh Gott, ihr könnt es ja richtig schön gestalten hier. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Oh Gott, ich bin sowas so schlecht. Oh, wie cute. Oh mein Gott. I don't know these, Leute. Ich wusste nicht, dass man das so cute gestalten kann. Oh. Oh, das ist ja voll lieb. Oh, Mai ist das lieb. Oh. Die mit Aufzeichnungen sind nur neue Sachen, nicht wichtige Sachen. Ah, okay, ups. Ich glaube, ich habe das jetzt hier fertig gemacht. Das sind sehr, sehr künstlerisch interessierte Kühe. Ist halt die Frage, wo gehe ich jetzt lang? Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Ich kann jetzt da lang, ich kann da hinten weiter lang. Ich wollte aber auch noch dahin, wo die Kameras sind. Man hat sehr viele Seiten. Du entdeckst sehr, 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 sehr viel. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Ich lade schon mal kurz hier zu meinem Vorrat. Keep rolling, rolling, rolling. Das ist jetzt die Frage, ne? Fahre ich da nach hinten? Kann ich da überhaupt hin über den Weg hier? Ne. Doch, ich kann da tatsächlich so runter. Aber... Achso, ne, tatsächlich nicht. Ja, gut. Ist gut, sie zwingen mich schon den richtigen Weg zu gehen. Ist gut, weil sonst verpasst man ja voll viel. Ich gehe nochmal zurück und gehe nochmal den anderen Weg lang. So, da ging es ja auch noch lang. Finde ich auch noch hier einen Weg. Da hoch. Ah, da war die Kuhfarm. Okay, da komme ich auch zur Kuhfarm. Okay. Beide Wege führen zur Kuhfarm. Dann gehen wir jetzt mal geradeaus weiter. Es wird auch dunkel, ja. Ich kann ja auch nicht lang bleiben, weil ein paar Stunden bricht der Dampf. Das heißt, lang kann ich jetzt eh nicht bleiben. So, das sieht doch schon mal interessant aus für ein Foto. Die Kameras hier auf jeden Fall, oder? Sind es Kameras? Attention. The problem is the solution. Achtung, Einwohner des Tieng-Tals. Das Problem, der Dampf bricht zusammen. Keiner weiß, wie man ihn reparieren kann. Die Lösung, wir werden den Dampf selbst einreißen, damit wir wissen, wie er einbricht. Okay. Es gibt eine Nummer, die zu fragen, um Fragen zu der Dampf. Eine Nummer? Ah ja, 2324. Hier. Hört man die? Ich glaube schon. Inspiration. Müll durchsuchen. Aufheben. Da gibt es sich, um die realen Konditionen der Dampf und warum es zerbricht. Ja, die glauben das denen nicht. Die glauben, die wollen einfach nur die Gegend platt machen, um wahrscheinlich eigene Sachen draufzubauen. Wie so oft. Strahlende Stadt, eine leere Leinwand für deine Träume, eine Gemeinschaft für den ganzen Menschen, nicht den Arbeiter, nicht die Eltern, nicht das Kind, den ganzen Menschen. Niedrige Höhenlagen ist gefährlich. Die strahlende Stadt liegt erhöht im sicheren, fruchtbaren Boden. Komme ich aus der strahlenden Stadt? Warte. Ah, okay, ist eine andere Stadt, okay. Danke für den Finder des Tagebuchs meiner Tochter. Wir waren so gestresst. Ein Mitarbeiter namens Sol hat sich Zeit genommen, alle Fragen meiner Kinder zu beantworten. Er hatte mehr Geduld mit ihnen als ich. Danke für das Tragen des schweren Gepäcks einer alten Person wie mir. Später will ich graue Hand werden, damit ich anderen helfen kann. Oh, nehmen wir mit. Die grönen Hände scheinen, was die Leute denken. Oh. Der Arbeiter hat die grönen Hände als Kind. Sie haben keine Hoffnung in ihre Möglichkeiten, aber sie sehen sie als innozenten? Ah, hier ist irgendwie ein Film von dem Abspiel. Filmrolle abspielen, let's go. Wir haben keine Anführer, keine Fehler diesmal. Ein Fehler diesmal. Wir werden nie Krieg führen. Keine Fehler diesmal. Das Gewicht der Vergangenheit wird von uns abfallen und wir werden die Welt zum ersten Mal sehen, wie sie ist. Wir halten uns an den Händen die perfekte Zeit lang. Nicht zu kurz, nicht ewig. Wir werden das nächste Zeitalter einrichten. Wir werden das nächste Zeitalter einrichten. Hm. Kann es sein, dass die alles kaputt machen werden? Oh, oh. Oh, oh. I'm a little bit scared. Also die grauen Hände wollen das machen, ne? Gedanken zu einem neuen Zeitalter. Ein Manifest der Zukunft. Jeder weiß, dass etwas nicht stimmt, aber niemand weiß, was zu tun ist. Jeder paddelt ziellos durch den Kummer. Jeder ist in Trauer. Denn das letzte Zeitalter hat eine hübsche Leiche hinterlassen. Es ist Zeit, sie zu begraben und weiterzumachen. Du sagst, so einfach ist das nicht. Ja, aber die Mauern um uns sind nicht so dick, wie sie erscheinen. Eine könnte sogar eine Tür sein. Wir rufen einen Moment der Psychose hervor, in dem wir vergessen, dass wir nicht durch Wände gehen können. Irgendwie hört sich das alles so gruselig an. Warum? Ist doch alles schön hier? Oder irre ich mich? Oder kann es sein, dass das Spiel darauf anlehnen? Kaputt machen, oder? Wollen sie zerstören? Versammelt euch die grauen Hände. Das ist irgendwie so weird, die sehen aus wie von Fallout. So laut. Irgendwie ist das alles gruselig. Sass, würde ich sagen. So. Sammelpunkt. Da können wir auch wieder alles schön dekoraten. Irgendwie ist das weird. It's so weird. Ja, und die Lügen, die sagen, das sind Lügen. Ja, das mit dem Damm sind Lügen. Die machen das mit Absicht. Die machen das mit Absicht kaputt. Ich glaube, das ist mit Absicht alles gemacht. Die wollen das alles kaputt machen. Diese, gerade diese Village jetzt hier unten, das schöne Dorf. Und behaupten, es gibt irgendwelche Probleme, obwohl es die gar nicht gibt. Und ich wahrscheinlich als eine der wenigen, die jetzt dann überlebt oder vielleicht auch stirbt, mache das für die Nachwelt fertig, damit die Nachwelt die Wahrheit entdeckt, oder? Verganges Zeitalter. Hier habe ich aufgehört, irgendwann zu dekorieren. Hier, ich dekoriere das mal nach. Ich kleiner Fauli-Bär. Habe ich da so viel verpasst? Kann das sein? Ah ne, das muss dann da hin, ne? Ja. Das kommt da hin. Die Statue kommt da hin. Ich habe tatsächlich eins vergessen, ne? Und das habe ich auch vergessen. Verdammt, kann man da wieder zurück, oder nicht? Da kann man nicht mehr zurück. Es ist wichtig, dass ich das hier mache, weil dadurch erfährst du immer Storys. Deswegen muss ich das hier nochmal zusätzlich auch alles einfügen. Und dann sagt sie immer was dazu. Was meinst du, war das nicht das Linke? Ich gucke mal ob ich hier noch andenken habe. Ich habe hier leider nichts mehr. Ich habe das hier nicht fertig gemacht. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Das ist ja ein Skandal. Das ist ja meine Heimatstadt. Aber vielleicht ist es gut, wenn man aus der Heimatstadt nicht so viel... Oh, ich habe hier so viel Sachen aufgenommen. Das ist ja echt lieb. Da muss ich mich doch mal selber loben, dass ich das gemacht habe. So. Macht echt Spaß es zu designen. Hier das Vögelchen-Gezwitscher. Voll cool. Wäre doch so cool immer so ein Fahrrad, mit dem ich unterwegs war. Schon cool, wenn man sowas macht. So ein Tagebuch und mit der Polaroid-Kamera die Tage festhalten. Was ist das eigentlich für eine cute Idee? So. Finde ich super süß. Dann könnt ihr auch... Oh, Lautklee. Ich herfuhr. Da kannst du auch die ganzen Sachen... Das arme Baby. Du kannst auch die Sachen hinzufügen. Also ich bin ja wie gesagt... Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich bin sehr schlecht im Einrichten solcher Sachen. Deswegen auch immer Brautpaare hoffen, dass ich nicht irgendwie eine Nachricht in ihrem Buch hinterlasse. Weil ich mache das immer kaputt. Also lasst mich machen. Ich zerstöre das. So. Okay, nächste Seite. Das ist ja cool, dass sie das auch alles zeichnet. Ich habe so ein Bild ganz links auf der einen Seite. Ich glaube, das muss in die Nücke rein. Das gehört da... Ah, tatsächlich. Du hast recht. Oh, dankeschön. Ach, jetzt fehlt nur noch diese eine Kack hier. Ein von Dr. Vorhin entworfenes Gerät. Verdammt, das habe ich nicht. Mist. Da haben wir die ganzen Musiken. Oh, schön. Eine lange Reise. War da, wo es so geregnet hat, falls ihr euch erinnert. Das finde ich echt süß, dass man dir die Sachen so schön einkleben kann. Ja, ich muss auch viel mehr mit Polaroid machen. Ich mache viel zu wenig. Oh ja, da hat es geregnet. Das muss hier auf jeden Fall untergebracht werden. Haha. Ja, schön, wenn man sowas macht und so ein schönes Skizzenbuch am Ende hat. Das ist schon toll. Okay. Nächste Seite. So, hier. Und dann sieht man auch immer, wenn man was verpasst hat. Das ist eigentlich echt gut, wenn du immer direkt, nachdem du wo warst, dann auch am besten direkt die Sachen hier einpflegst. Weil dann erfährst du auch was von der Gegend und kannst dann auch ein bisschen mehr sehen, was dir noch fehlt. Der Elder hat mich über die Valleys. Sie sagte, sie waren gefährlich. Ich fühle eine Tension im Luft. Ich bin in der Zeit, um den Moment zwischen Saisonen zu sehen. hat es aber auch so viel und man kann so viel einsammeln wo das sieht toll aus hier recht schön da habe ich schöne fotos gemacht das muss ich schon mal sagen jetzt müssen diese passenden stickerchen ist ja ultra gut so haben wir alles was ist hier da fehlen aber noch einige sachen oder alles kommt hierhin der sammelpunkt seht ihr sammelpunkt ist extrem wichtig weil es hier nämlich diese wichtigen sachen gibt es fehlt noch irgendwas uns fehlt hier noch ein dokument ist gut zu wissen kann es sein dass es da hinten ist kann ich die sachen aufnehmen dokument vielleicht kann ich sie aufheben also irgendwo brauchen wir noch was hier irgendwas gesehen hallo an alle ihr kleinen schnitzel muss irgendwas geben irgendwas was ich aufsammeln kann das kann ich ja alles nur anschauen weiß nicht wie groß der sammelpunkt oder sammelplatz ist irgendwie wirken die echt unheimlich vielleicht ist es da vorne auch noch der sammelplatz ich glaube der endet hier das ist auch nicht platz ah ein telefon sie sollten die stimme in das klingeln einbauen man sollte die stimme in das klingeln einbauen musik aus der ferne warten musik aus der ferne geht weiter hallo entfährt das geräusch wie jemand zum telefon läuft dinge werden umgeworfen telefonhörer wird aufgehoben das ist ich habe versucht zu holen aufhören aufhören oh danke ich ich verraten die 0 materials ich verraten die visual literatur die warm bath von ideas ich lefte es an der dig site es sollte sein aufhören aufhören oh wait Warte! Hold on! Ich habe vergessen, das secretische Passwort zu machen. Ich weiß nicht, wer du bist! Ist es jetzt zu late, du denkst? Okay. Welcher Tag ist der Tag nach morgen? Phew! Okay, ich dachte, du wärst... Sorry, ich weiß nicht, dass ihr voice ist. Hard zu halten, alle neue Recruiten. Was noch was ich zu sagen? Da war vandalismus auf ein paar von den Postern. Bad stuff. Ich pute sie in den Trash. Keep an eye out für mehr. Anyways, danke für die Antwort. Die Zero-Materialien ist in der Dig Site, sicher. Es sollte sich auf eine Barrelle mit einem Fruits-Stickern. Du weißt, ich glaube, ich würde sagen, du könntest es mir bringen, aber die Flüge wird es trotzdem zuerst. Also, eigentlich, ich war Angst vor nichts. Alles ist in einer Flüge. Gott, wir wissen wirklich, was wir machen. Ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Ich bin froh, dass das alles anfangen. Ich bin froh, dass das alles anfangen. Tschüss, tschüss! Kann das sein, dass die alles, was sie hier Illegales gemacht haben, zerstören wollen? Das war jetzt aber wirklich weird. Das war jetzt aber wirklich gruselig. War hier nicht noch irgendwas, was ihr gefehlt hat? Ruhiges Teichgebiet? Ich dachte, ihr habt... Hier fehlt doch noch was. Sammelpunkt. Hm. Vielleicht komme ich da nochmal hin, oder war es das? Auf der Seite. A green space. I feel memory in the air like pollen. It reminds me of a poem my dad was never able to finish. The first line was. If you want to awaken the dead. Just whisper. Ja, ich glaube auch das, was Bella Potter sagt. Die wollen alles zerstören. Alles Schlimme, was sie getan haben, wegspülen. Ich glaube auch. Oh, es ist schön. Ich habe richtig Bock auf Natur. Auf Natur, wenn ich das sehe. Und rausgehen und spazieren. Und ja. Das, was man zu wenig macht. So, dann haben wir bis jetzt alles. Aber war nicht die Grube hier. Wisst ihr, wo die Grube sein soll? Hat sie irgendwie ein... Ein Fass... Ah, das hat noch gefehlt. Es muss viele Leute gehen in die Stadt, wenn sie sie mit Karten anhalten müssen. Genau, das hat noch gefehlt. Das hat noch gefehlt. The Greyhens are the future in all its uncertainty. The good and the bad. The hope and fear of progress. The loneliness of this season will be left behind. A collective project is coming. Ja. Aber... Mal gucken, ob hier irgendwo diese... Diese Kiste ist mit einem Sticker drauf. Komm ich da nicht nach hinten? Ich glaube nicht. Vielleicht finden wir die noch. Ich glaube, dass es eher noch kommt, um ehrlich zu sein. Okay. Gehen wir weiter. Es wird dunkler. So eine schöne Welt. Und die wird einfach zerstört. Richtig belastend. Das sind noch alles Tote. Da ist wieder was. Das sind noch alles Tote. Oh, wie grausam. Hier ist jemand gestorben. Autounfall. Vielen Dank. Das ist immer noch die Kuhfarm hier. Okay, das gehört noch zu... Dieses Geschrei hört sich so grausig an. Okay, weiter geht's. Kann sein, dass hier auch diese Fruchtboxes, von denen er gesprochen hat. Eis? Okay, weiter geht's, meine Freunde. Das vielleicht auch mal abfotografieren. Der Wegweiser. So. Hier ist die Fruit Farm. Ah, wir müssen bestimmt zur Fruit Farm. Und da finden wir bestimmt auch das, was der gemeint hat. Was er unbedingt möchte, was weggespult wird. Wett ich mit euch. Geht jetzt hin. Let's go to the Fruit Farm. Und ich glaube, davon muss ich 100% auch ein Foto machen. Oh, schön, die Drachen. Viel zählt gar nicht, verdammt. Geh mal hier hoch. So, was ist denn das hier? No Entry, da geh ich doch sowas von rein. Da befinde ich auch die Fruchtkiste, 100% die Früchtkiste. Wir treten verboten. Und zu Widerhandlung wird bestraft. Okay, das machen wir auch. Okay, das machen wir auch. Ja, deswegen. Rein da. Jetzt muss ich das abfotografieren. Wenn ihr irgendeine Fruchtkiste seht, Leute. I'm your girl. Leiden Sie oder ein Bekannter unter Tagesvisionen? Okay, lasst uns da mal reingehen. No Entry. Ach so, der Stream ging leider aus, weil mein mittlerer Bildschirm rumgezickt hat. Oh, das machen wir mal im Foto. Sehr auffällig hier. Was ist das? Oh, da haben wir noch was. Das ist, glaube ich, die... Ja. Ja, ich weiß es nicht. Was wird da gemacht? Geht's hier weiter? Was passiert hier? Ich werde ein Fahrrad mitnehmen sollen. Da kann man bestimmt nicht rein, oder? Oh, doch, hier kann man überall rein. Da ist ein Buch. Will ich da rein? Gibt's so viele Areas? Ich geh da jetzt rein. Durchzwängen. Let's go. Das ist eine sehr gute Frage. Ah, hier war das. Ah. So. Ich habe das Notizbuch des Mannes, der beim Studium von Harpig gestorben ist, zurück in dem großen Baum in der Nähe der Farm der Frau gelegt. Wir haben sowieso alles daraus kopiert. Ich hoffe, das hält das Kind davon ab, es sich zu holen. P.S. Jemand, äh, könnte jemand das Loch im Zaun reparieren. Nehmen wir mit. Alles beweisen. Okay, merkt euch das Big Tree. Die Wohnungen sind fertig. Renovierung und Reinigung des Wohnkomplexes beendet. Wer noch keinen Antrag auf eine Wohnung gestellt hat, sollte dies jetzt tun. Zahnmedizinkurs der grauen Hände. Lernen Sie zur grundlegenden Zahnmedizin, um ihren Nachbarn zu helfen. Keine Erfahrung erforderlich. Kann es sein, dass die hier irgendwie alles einfach unter Wasser senken wollen, um hier quasi... Ja, dass die alles platt machen wollen, um hier eine neue Stadt hinzurichten. Herzurichten. Gefahr. Psychoaktives Mineral. Vorsicht ist geboten. In der Nähe des Minerals sind nicht sprechen, singen oder pfeifen. What the fuck? This is the kind of brain trouble my mom warned me about. I heard this tune before, on my journey here. They look relieved to have finished their work. Habt ihr schon irgendwo die Kiste gesehen, mit dem Apfel drauf? Wie gruselig mit Tag Null. Okay, dann gehen wir mal in die Danger Zone, wo wir ruhig sein müssen. Was zur Hölle passiert hier? Was wird hier gegraben? 10 geschätzt 10 Jahre alt, sammelt sich vor allem an Objektiven im Boden mit starkem Sentimentalwert. Kinderspielzeug, Eheringe, Fotos, Tagebücher. Okay, die tun die Emotionen in Steine fest oder in Gegenständen festsetzen. I wonder what this channel is for. Versanddatum. They must have already shipped out all the Harpik they need. Öffnen. Day Zero. Oh. I wonder what's on this reel. Ich hab hier wirklich schon viel. Ne, ich hab noch gar nichts gesammelt. Wir müssen noch mehr sammeln, Leute. Da fehlt noch alles. Definitiv. Ich frag mich immer noch, wo die Kiste ist. Tag Null, 50 Kilometer Radius, 309 Kilogramm Menge. Großes Gebet. Ja, das ist doch, weil die denen mit Absicht den Damm jetzt durchbrechen. They dug up all that Harpik in order to conduct some sort of prayer on Day Zero. Ich glaub, die machen echt die ganze Welt hip-blood. Ich glaub, die machen echt die ganze Welt hip-blood. Ich habe recreated the same setup as the prayer-statues, right here in my workshop. I set up a singing bowl so I can verify the pattern that will form in the water. And some Harpik, of course. Each god seems to correspond to a resonating frequency. And when this vibration acts on the Harpik, we get the, um, psychoactive response. I'm going to give it a try here. I remember watching my dad make shadow puppets on the wall. It felt strange because I could see how it was done. I could see the trick of it, but it still felt kind of magical. It worked. I do feel the more I do this, the more tired and... It feels like it takes me longer to return to the present. But now I have some control. I faced the question of how this mineral affects the soil. I still have a lot of work to do. That's all for today. A mineral that can affect the mind. And the one does nothing. That's how you can't photograph it. You can take it with. 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 The memories of the owner now turned into a beautiful mineral. That's an absolute proof. That would I take it with. Okay, let's see. There are still still a few things. What was that doing? Where is the grube? Oh yeah. No, it doesn't fit. Right. That's not a beautiful place. No, it doesn't fit. Oh yeah. It doesn't fit. That's not a big deal. What was that here? That comes here? This is a beautiful place. But what does it be here? She has a beautiful mineral. Ja. Aber warum fehlt es hier? Das habe ich doch gemacht. Obst, warum habe ich noch nicht viel Grube? Grube habe ich viel. Das packe ich mal hier alles rein, weil immer wenn ihr das hier reinpackt, bekommt ihr mehr Infos zu den Dingen. Das ist gut. Das auch. So, und dann sagt sie euch was dazu. Was wir zu der Land machen, macht es in unsere Blut und in unsere Gehirn. Das kann eine Saison definieren. Ich mache noch mal ein Foto davon, ihr habt recht. Vielleicht funktioniert das ja. Aber ist ja schon krass, wenn es hier so extrem tricky ist, was die machen, dass hier auch niemand aufpasst, dass hier keiner mehr rumlatscht. Und der Typ hat mich ja reingelassen, ne? Muss man ja sagen, der eine Dude hat mich hier reingelassen. Nee, irgendwie funktioniert das hier nicht. Das zählt hier irgendwie nicht. Guck, was muss ich denn da machen? Sie forschten ein lila Material. Muss ich es nochmal machen? Komisch. Ich habe auch die Obstkiste noch nicht gefunden. Die müsste doch hier sein, oder? Hat sie ja auch gesagt. Eine Kiste mit einem Sticker. Da ein Sticker drauf. Also ich finde nichts. Nee. Ein Foto, wenn das Teil leuchtet. Leuchtet das? Leuchtet der Stein manchmal? Nee. Das Spielzeug kann ich halt auch nur untersuchen, indem ich es drehe. Weil sonst macht die da auch nichts mehr. Durchzwängen. Aber wir haben ja laut der Seite jetzt alles gefunden. Geht's noch hier hoch, weil das ist dann eh eine Sackgasse. Ich hätte halt mein Fahrrad mitnehmen müssen, aber... Idees, what are these? So, hier ist doch auch noch... Vielleicht finde ich sie sogar hier. Was ist denn das hier bitte? Danger. Do not enter. Ah, okay, sind die ganzen Erinnerungen der Toten. Die Infosign, die früher gesagt haben, dass sie gefährlich sind in großen Nummern. Ich habe eine Pendant, aber. Da haben die 100 Pro ihre Experimente gemacht. Was ist das? Ein gruseliger, großer, zugemachter Brunnen. Das hat bei mir immer die Ring-Vibes. Oh, was ist denn? Offe. Was hat denn der für Augen? Gruselig. Okay, wie kann ich mit dem... Ah, da sind Appels. Ich kann mit dem aber nichts machen. Ein bisschen Fruits. Ich hole mal kurz mein Fahrrad. Und mache die Farm hier auch erst mal. Hier komme ich dann eh raus. Bin ich von der Seite gekommen. Soll ich mich hier runter? Da unten ist es. Ja, mein Fahrrad. Weil dann kann ich da erst mal die Runde machen. Und dann komme ich wieder zur Fruchtfarm. Und hier ist auch noch irgendwas. Vogelhäuschen. Obstfarm. Also Fahrrad holen, ja. Und dann noch mal hin, auf jeden Fall. Da vorne geht's rein. Der Ton vom Affi. Ah, stimmt. Der Ton vom Affel. Ja, klar. Ja. Good point. Ah, viel schneller schon. Let's go. Let's get ready to rumble. Woo. Ach, ist es schön, dass man da überall reinkommt. So, jetzt. So, guter Punkt. Mit dem Ton. Okay. Die Augen sind so unheimlich von dem Ding. Hier war auch gerade irgendwie ein komisches Geräusch. Habt ihr das gehört? So, wie was? What the heck? Was war denn das gerade? Das war richtig bruselig. Sass. So, wir gehen hier mal rein. Stimmt, Erinnerung oder was? Unheimlich. Oh, oh. Nicht gut. Oh mein Gott. In Cairo, we have a statue to remember Dr. Fumio. But this statue is meant to be worshipped. Oh, oh Gott. This field was absolutely full of memories. I'm glad I had my pendant. Otherwise it would have been overwhelming. This is a season when memories echo on and on and on and on and on. Will the echoes fade away or will they be cut off abruptly? Der Affe sieht echt nicht gesund aus. Ich glaube, dem Affen geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Tag 0. Tag 0. Da fehlt mir auch voll viel. Das ist irgendwie schön und irgendwie gruselig. Das ist irgendwie schön und irgendwie gruselig. Ich würde gerne mein Lieblingsbuch noch einmal lesen, ohne zu wissen, was passiert. Wenn du meine Erinnerungen daran löschen könntest, biete ich dir ein Angebot von höchster Güte. Ach, die Leute gehen da hin und lassen sich die Erinnerungen löschen. Um Gottes Willen, stellt euch mal vor, das wäre möglich. Dann würden wir ja nie aus Fehlern lernen. Hier ist was nächstes. Meine Erinnerung an den Krieg. Ich brauche sie nicht mehr. Sie gehören dir. Die, die im Krieg gekämpft haben, ja, aber die, die es verursacht haben, sollten niemals vergessen. Traurig. Was ich im Licht des Mondes gesehen habe, dieses Muster im Wasser, ich möchte es vergessen. Den Krieg vergessen, mein Lieblingsbuch vergessen, das Muster im Wasser vergessen. Das Muster im Wasser kann halt auch eine Leiche sein, ne? Was sollen wir machen, Leute? Den Krieg vergessen? Aber im Match, man könnte ein Spiel wieder vergessen und nochmal entdecken. Ja, das wäre geil. Aber dann würde jeder bei Liebeskummer sofort versuchen, äh, oder beim, beim Todesfall eine Person auszulöschen, um den Schmerz nicht zu ertragen. Und das gehört ja auch dazu. Das Muster im Wasser, den Krieg oder mein Lieblingsbuch? Oder soll ich es gar nicht machen? Bin mir nicht sicher. Achso, ich kann es einfach, ah, für mein Tagebuch wählen. Diese Slips are prayers to this god for. Ah, okay, ich kann es einfach noch machen. Forgetting things. Untersuchen. People prayed here. Who did they pray to? Hier, zeremoniell Schale, mit der gebetet wurde. Warum kann ich das nicht machen? Ich möchte beten. Fehlt mir dazu was. Weil das ist ja eigentlich was, was ich tun möchte. Was ist denn noch so? Sieht einfach, oh, da ist ja noch ein Pistall. Ah, den musst du mir bestimmt nehmen, ne? Oder? Nicht. Es ist wirklich riesig hier. Schlimm. Und die Leute lassen dann hier ihre Erinnerungen. Wasser spießt das andere hier. Ist irgendein... Viedinger da vielleicht, oder wie? Hm. Ich kann hier auch gar keine Aktion ausführen. Ich kann hier auch gar keine Aktion ausführen. Jürgen. Hat er schon. Weird. Ah, hier ist was. Kaum lesbare Inschriften im Stein, mögen sie ruhen. Das war das Jahr des Lärms. The Year of the Din? Was that how they recorded years in the olden days? Wer ist der Gott? Das ist eine gute Frage. Ich will das jetzt hier alles finden. Kann ich nichts machen. Oder fehlen mir einfach noch ein paar Dinge? Mir fehlen hier einfach noch ein paar Sachen. Was? Geht es hier noch irgendwo lang? Das ist so gruselig, ey. Ich habe halt nichts, was ich in die Schale legen könnte. Vielleicht mal ein bisschen disrespectful hier mit dem Rad durchfahren. Irgendwas muss hier doch noch sein. Also ich finde hier tatsächlich nichts mehr, Leute. Weiß jemand noch, wo ich was finden kann? Oder findet man draußen irgendwas vielleicht? Oder der Affe? Was soll das hier? Also ich muss sagen, ich wüsste nicht, was da... Das haben wir aber auch hier bei dem Licht geschafft. Das ist da. Die forschten ein lila Mineral. Vielleicht muss ich da irgendeinen Gegenstand reinschmeißen. Aber ich habe keins. Und ich weiß auch nicht, was ich da abfotografieren muss. Kann es sein, dass ich das irgendwo anders abfotografieren muss? Oder wenn dieses Handsymbol kommt, dann maybe fotografieren? Nee, das haben wir vorhin schon probiert. Ich kann ja, glaube ich, wieder zurück. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Oder hier vielleicht auch. Vielleicht finde ich auch hier irgendwas. Aus dem Weg! Das ist schön hier. Hui! Kann man da nicht hoch? Das ist eine gute Frage. Wenn die alles überschwemmen lassen, nicht... Das ist eine gute Frage. Wenn die alles überschwemmen lassen, nicht... Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall Ziege. Nett, dass ich hier die ganzen Erinnerungen so sammel. Ist es kein der cuteer. Ah, das sieht auch schön aus. Noch mehr groß hin. Ja, das ist echt gemein. Okay. Keep rolling, rolling, rolling. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, da ist ja noch ein Tümpel, oder? Ich glaube, da kam ich her. Was ist das? Du, alter Baum. Da gehe ich jetzt aber mal drüber. Ah, hier war doch irgendwas begraben, ne? War das nicht so? Hier war doch irgendwo dieses Tagebuch. Oder hier. Das war es doch, glaube ich. Wie geil ist das denn, bitte? Lesen. Für Meteora. Ach, das ist der Baum hier, ne? Sieht ja schön aus. Ich mach mal ein Foto von weiter weg. Was ist denn das da drüben? Ja, das stimmt. Interessante Erkenntnis. Ein Baum stirbt da, wo er geboren ist. Genau am selben Fleck. Außer er wird ausgegraben. Mögen die begrabenen Erinnerungen und Gefühle des Tars diesen Baum heilen? Oh, ein Wasserfall. Ich glaube, da muss ich irgendwie da rüber, oder? Kommt man da überhaupt da rüber? Ich glöwe schon. Ich probier's. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, was war denn zum alten Baum? Was hab ich denn da, alles einzukleben? Einiges. Ein wunderschön Wasserfall. Und natürlich das Bild von dem alten Baum. Bam. Ein Anhänger. Schon schön, was man da so, was sie so macht hier. Und das noch so cute. Ah! Was hab ich sonst noch so? Hab ich sonst alles? Okay. Dann holen wir mal das Rad und gehen weiter. Ich weiß nicht, weil wegen den fehlenden Teilen, ob ich da irgendwo woanders was vergessen habe, deswegen nicht weiterkomme. Aber vielleicht könnt ihr es ja besser machen und mir dann in die Kommentare schreiben. Wir reisen weiter, Freunde! Hey, girl. Trittst du bitte in die Pedale? Was ist denn los mit dir? Geht doch. Ist das schön. Oh, hier ist ja noch ein volles Haus. Wie geil muss das sein, wenn du hier dein Haus hast. Oh, da ist ja ein Mensch. Sehe ich das richtig? Da ist ja ein Mensch. Das ist mit der... Der... Höh? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Nein, nein, nein! Du sagst, wir hatten bis zum Mittwoch. Ich bin nicht bereit, um zu gehen. Schau an das alles. Warte mal. Ein süßes Ausfett. Ein Bickel. Du bist nicht eine Grehehand. Was ein Relief. Ich will den wahren Zustand aller Dinge erkennen. Deswegen sind die Leute alle weg. Wohin gehen sie? Die strahlende Stadt. Oh Gott, hoffentlich ist es nicht irgendwie ein Arbeitslager oder so eine kranke Scheiße. Stock 8. 809 Wohnungen. Boah, sehr wichtig. Siehst du, wie sie die Dimensionen auf der Back? Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe unsere Zukunftsabteilung hier auf dem Lauf. Das ist der Raum, den wir mit arbeiten müssen. Oh Gott. Wir müssen versuchen, was es wirklich wie sein wird. Ja, sie hat halt eigentlich Natur, muss sich jetzt aus diesem kleinen Raum beschränken. Wir gehen von einem großen Farm zu einem Raum. Ja. Und wir müssen nachdenken, bis heute Abend. Ich habe bereits gepackt für mich und mein Vater. Aber mein Mann, Juri, ist ein bisschen schwerer zu packen für. because he passed away recently. Oh. And I can't bring all his things. It's not realistic. His stuff is still, it's all here. It's okay. What did you say you wanted to see? The true state of all things? It must be in here somewhere. We can do this. Just need to decide. Hmm. Ich kann dir auch ein paar Dinge abnehmen und klauen. Juri learned to paint from our neighbor, Matiora. He painted all three of these. This is a self-portrait he did. Kind of intense, right? He was more handsome than that. I wish he could have seen himself the way I saw him, you know? He was really lovely. Just occasional dark moods from his work. This is his portrait of me. We got into a fight over it. What's that supposed to mean? You just splatter some paint on the canvas and put my name on it? He said it was my essence. I don't know. Do you think it looks like me? Ich bin mal nett. Maybe I was hard on him. He painted this for Kochi. Some kind of private joke between the two of them. I don't get it. They were both interested in the war and how it ended. I'm not. I just pray nothing like that will ever happen again. Which painting should I take with me? Yes, you're right. Himself from his own eyes. Something I could never see without this painting. I think one painting more or less would it not be done, but okay. Oh, that's the child. Our old cart broke. I overloaded it. So I had to use the wheels of his bicycle. Now he's so mad he won't say a word. I understand. That would make me too nervous. I've packed my essential clothes. I don't know what to do with these. This was Yuri's best suit. Maybe when Kochi grows up, it'll fit him. That's a long time away though. My island dress. I made this for our trip to the islands. The trip we never took. It was based on a photo of a seaside Azindance. Aww. Marius, thank you for the nice words. I wanted to thank you all. I'm a quiet viewer, but I'll be here for a while. I'll always be with the best entertainment. I thank you. You're sweet. The hours I spent on this. Sweet. These are some of Yuri's clothes from when he was a kid. I thought Kochi could wear them, but he says they're itchy. So what's the use? But to throw them away. He was a little boy. He would put these clothes and go to school. He grew up. Oh God, this is, I mean, this hurts a little. Okay. Hmm. Pack das Inselkleid ein. Ich finde, sie kann mal was für sich tun. und jetzt hat sie schon das Gemälde vom Partner. Yes. Let's bring it. It reminds me of our dreams together. Genau. Things we wanted to do. Traurig. All right. This is going well. But I feel like I'm forgetting something. Or someone. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne? Die bereitet sich jetzt gerade seit Tagen vorzugehen. Stell dir mal vor, es bricht Krieg in deiner Stadt aus und du musst alles zurücklassen. Alles. Alles und du weißt nie wieder, ob du das alles mal jeweils wieder sehen wirst oder ob es zerbombt wird oder ob Leute in deine private Wohnung gehen, Sachen klauen, dort Soldaten leben, alles zerstören, alles weg ist. Ob du jemals wieder zurückkommst, ist das so schlimm. Der kommt ins Schlafzimmer. When someone dies and you're in mourning, you're supposed to keep the demon in sight at all times. He's supposed to remind you of your regrets. It's a religious thing. These are Yuri's books. They're pretty heavy. This is an old religious book, The Prism of Yesterday. He didn't like to talk about his faith. I haven't read it much. Maybe there's a part of him in these pages. A part I never understood that I could still glimpse. Maybe he would want me to keep this one. But I don't know. It just doesn't mean much to me. Yuri found this old tourist guide to the valley before we moved here. He was so excited. But this guide is really out of date. It's from way before the war. There's something optimistic about the colors they used. Yuri really wanted to take a trip to the archipelago together. We prepared for it a lot. Even taught ourselves a bit of the language from this book. But we never made the trip. It was always going to be soon, but it never happened. It seems like the kind of thing no one does anymore. Since we packed the Azen dress I made, should we take this too? Maybe that's enough Azen stuff. It was always going to be soon, but it never happened. Which should I take with me? Oh, sorry. Oh, it's hard. I would say it's prison things. It's a religious book. Yes. That seems right. Maybe I'll even read it one day. Willst du nicht? I suppose I'll be leaving the other two behind. I know they're heavy. But would you want to take one with you? That book about Azen-Sprache or the Tieng-Reiseführer? What should I take with you? What could I bring? The language maybe? Maybe I can translate something? Or the Reiseführer? That's the river. Oh, yeah. You're the last Tieng-Valley tourist. You deserve it. Good. Super. Nice. Let's see how this is going so far. The dress I made for a trip never taken. I'll remember how Yuri saw himself. I think we're almost there. Let's just look a little more. Okay. Was ist das? Die ist aber konsequent, ne? Jeder würde sagen, ach komm, das gehen doch auf zwei Bücher statt eins. My husband built these tools to study the valley. They were his life's work and they took his life away. So what do I do with them? You can't buy tools like these. He made them. My husband didn't insult God, but maybe he stepped on his toe and his life went out of him. There's the skin of our body that keeps us together, but there's also the skin of our minds. The skin of your mind can pop like a bubble and everything that makes you yourself will come pouring out and the earth will devour it eagerly. The way wind fills a vacuum. They might be incredibly valuable to a scientist on the other side of the world. I don't know. I also hate them. I get you're a curious soul, but I forbid you from using them. I don't care, but he did. He gave his life, trying to understand this world. I can't keep these tools and I can't throw them away. There's even more of them, bigger ones, out at his work shed. Okay, I'm going to turn away now. I want you to take them or throw them away. I don't want to know. I went through all our old photos. Trying to see what I might be forgetting. I love that view. Have you been up there? By the entrance to the shrine? The entrance is bigger than the shrine itself. Just across the river and up the hill. It's worth visiting. The doors to the shrine open when the sun goes down. The monk is still in there. I hope he'll evacuate. Ah, vielleicht kann ich ja eines dieser Objekte jetzt verwenden. She lives east of here, out in the woods, by the river. She said she'll evacuate, but she's still here. It makes me nervous, but I can't complain. We're still here too. Ach, die wollen sterben, oder wie? Nachher fragen. I wasn't interested in having a child at first. There are just so few these days. The thing all three of us had in common, as a family, was that we were pretty silly. We used to be, when we were all together. The past is such a heavy dream, and I never remember my dreams. But when I wake up, there's a cloud of feelings the dream left behind. Then the day begins. I move around, and that trace disappears. I wonder if our memories of the valley will drift away like that. Schau in the Vergangenheit, schau in the Zukunft, bleib in der Gegenwart. Enough of these old photos. We still have work to do. Okay. All right, this is it. Vielleicht kann ich dieses Klang-Ding benutzen, um nochmal bei dieser Miene dieses Foto zu machen. Oh nein, die Arme. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. I killed him. The demon of shame and mourning. What was I thinking, bringing it along? What an awful tradition. Kochi, you still want to take a final tour of the valley? Let's get those wheels back where they belong. Wie Lego-Sounds. Goodbye. Ich würde so heulen, wenn ich da weg müsste. Das ist so schön. Ich würde da nicht weg wollen. Ich bin glücklich, dass du hierher gekommen bist. Danke für mich. Danke für mich. Danke für mich. Danke für mich. Ich wusste nicht, wie viel ich brauchte ein Freundeskirchen. Jetzt, keine rush. Aber als du versuchen, deine Meinung nach zu diesem Ort, fühlst du mir Fragen. Ich werde gleich hier sein, bis die Nacht kommt. Wir bauen unsere Leben aus dem, was wir hinterlassen, so viel wie aus dem, was wir mit uns tragen. Horkst du zu mir? Geht das auch später? Gut, danke. Dann lass mal kurz immer zurückgehen. In a world where Gnu is on a mission. Komm schon, keep rolling, girl. Fahr. Ich hab ne Glocke. Oh. Kann ich den Affen vielleicht runterringen? Vielleicht bringt ja das was, wenn ich das dort mach. Weil die nimmt ja das Fahrrad mit, ne? Und Klänge sind doch nicht gut. Weil sie hat ja auch vorhin das Fahrrad hier gehabt. Erinnert ihr euch? Vielleicht muss ich einfach mal ringe 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 machen. Probieren wir es mal. Aus dem Weg, Erinnerung. Vielleicht kann ich jetzt mit den Werkzeugen des Mannes hier was abbauen. Ne. Hab ich irgendwie ein Inventar? Ich dachte, ich könnte es vielleicht machen. Die ganzen Zecken. Ich dachte, ich könnte es vielleicht machen. Na, ich kann ja nichts machen. Okay. Dann halt nicht. Dann geh ich wieder. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs. Jungs, Jungs. Schade. Ich dachte, ich wäre schlau. Doch dann kam die Enttäuschung. Ich beams nicht. Keep rolling, 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 rolling. Schnauze! Wahrscheinlich muss ich dem Affen irgendwas geben und durch den Affen bekomme ich dann dies und jenes. Ich hätte jetzt die Frage, mache ich mit dem Jungen jetzt die Tour oder klaut der mir dann nur Zeit? Das ist halt echt schwer. Jetzt ist er eh weg, ne? Jetzt ist er eh gone. The boy is gone. Wie schön, dass hier alles ist. Ich würde so heulen, wenn ich es zurücklassen müsste. Voll ätzend. Das regt mich richtig auf. Okay, dann fahren wir mal weiter. Ich glaube, der Junge war weg, oder? Boy is gone. Ne, nimmt da nichts auf irgendwie. Ich gucke mal kurz, ob der Junge noch da ist, dann gehen wir weiter. Er hat doch gesagt, er wartet. Ist der echt weg? Okay, boy is gone. Dann setzen wir unsere Reise fort. Oh, da ist er ja. Hä? Okay, bro. Ich sehe das jetzt einmal hinweg. Fährt den ganzen Tag. Fährt den ganzen Tag. Der nächste Tag lebt in, well, now basically. Saying goodbye is like, when you empty your pockets before going to bed. You get to see what you picked up. The things I picked up need somewhere to sleep. Follow me. Boah, sollen wir das tun? Ich weiß es nicht, ob das schlau ist. Ich gehe mal mal hinterher, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, ne? Das wird jetzt alles, heute Abend ist alles weg. Das kenne ich hier halt alles jetzt schon, ne? Oh, gully. Oh, gully. This is my tree. Since we can't bring it to the city, I don't care what we bring. I love the tree, and Dad cured it. That's what he did. All this purple stuff in the valley that makes you feel funny. Oh. Siehst du? Das war so rass. Und gefährlich. Das macht das gefährliche Teil weg. Du wolltest es machen, damit alle rassischen Räume sicher sind und grün. Ich weiß, dass es unter Wasser gibt. Kann ein Baum ein Unterwärts Baum werden? Dieser kann nicht sterben. Es hat zu viel durchgebracht. Los geht's. Fahrrad. Wo ist es? Ah, hier. Okay. Verlassen. Also, eigentlich zeigt er mir jetzt alles, was ich schon weiß. Ich würde eigentlich auch mal gerne weitergehen jetzt. Okay, er scheint mir doch Neues zu zeigen. Sehr gut. Da wäre ich jetzt nie lang gefahren. Niemals wäre ich da lang gefahren. Und Friedhofsweg. Oh, holy shit. Ich hoffe, ich habe den ersten Gang drin. Äh, Ra? Was machen wir? Ich glaube, wir fahren hier gerade an ganz vielen wichtigen Orten vorbei. Oh, was ist denn das? Das sieht ja nice aus. Was ist das? Wow. Wow. Hallo. Toll. Wow, wie geil sieht das denn aus? Ey Junge, du bist einfach viel zu schnell. Ich will das alles mal erkunden. Du kannst mich doch nicht so spoilern. Hier war ich noch gar nicht. Wir hatten hier eine lange Zeit. Ich kann es nicht vergessen. Aber ich habe eine alte Bildung gesehen. Kannst du eine neue Bildung nehmen? Und ich sitze, wie Vater in der alten, die ich gesehen habe. Actually cute. He is a great kid. Mom disappeared one time. It took me a while to find her. She was sitting right here. And she was sad. I got one of her tears on my finger, like a little bug. And I flicked it into the water. And I said, flow, 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 until it didn't sound like a word anymore. It made her feel better. Now I say it. I say it when everything is moving, but we don't want to move. Come on. Ich habe mich wirklich gespoilert jetzt. Ich hätte die Tour erst später machen sollen. Mensch. Sieht so toll aus hier. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Vielleicht sollte ich ihn ja auch erst mal lassen und dann hier erst mal alles erkunden. Der junge Spoilert mich. Geile Tour aber ist geil. Hier würde ich auch nicht weg wollen. Oh, hier ist auch dieser Mönch, ne? Boah, der Junge spoilert mich, Leute. Das sind aber Tote, oder? His name is Frené. I asked him how he ended up sleeping here. Frené said they were in the valley because they were so hungry. And then there was light everywhere. And they fell asleep forever. They should be old men now. But they couldn't get older if they tried. One time I saw the monk out here cleaning them. It was so funny. He looked like he hated doing it. I'm not supposed to touch the soldiers. But I let Frené borrow my pig. I need it back now. Let's go. Bruh. Ist das jetzt für ein Kind gesagt, die schlafen oder sind die tot? Was denn, Mönch hat die gereinigt? Die müssen ja abartig stinken, wenn die tot sind. Und vor allem, die muss ja jemand wegräumen. Ich will hier noch keine Fotos machen, weil ich ja hier noch herkommen extra weiß. Aber der kleine Bua, der spoilert mich hier übel. Let's go. Hey Broody, hätte ich das gewusst, hätte ich die Tour allein gemacht, Mann. Spoiler incoming, Leute. Macht die Tour erst, wenn ihr alles gesehen habt, Mann. Der kleine spoilert mich einfach extrem. Ich muss den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ich hoffe, der bringt mich wieder hoch. Ah, hier sind wir wieder. Ah, okay, der bringt mich wieder hoch. Ah, okay, gut. Nein, der zweigt schon wieder ab. Darum ist doch der Mönch. Da will ich selber hin. Aber wirklich, den Jungen muss man bannen. Die sind tot nur für den Jungen und schlafen. Die ist voll traurig. Aber die müssen doch abartig stinken. Oh, da ist der Mönch. Der spoilert mal gleich das Ende. Zack, zack, die Schenkelchen tun bestimmt weh. Genau, wir fahren mit dem Fahrrad die Treppen hoch. Gute Idee. Oh, da ist er ja. So ein schönes Dorf, wie kann man das nur alles versenken? Junge. Warum spoilerst du so sehr? Hat dir deine Mutter nichts beigebracht? Oh, schön. Ich wollte das Wasser sehen, von hier. Ich wollte es rüber. Ich wollte es rüber. Zeit zu machen. Ich dachte, die Flüge wird alles clean. Aber die Flüge ist so. Das macht keinen Sinn. Ich fragte, ob wir bleiben und sehen können, aber die Mutter sagte, wir müssen einen Rennen in die Stadt. Jetzt müssen die alle in so eine Betonstadt rein. Ich glaub, jetzt geht's wieder zurück. Ich glaub, der bringt mich jetzt wieder zurück. Ganz schön groß hier. Du kannst überall rumfahren, wo du willst. Schon geil. Und wieder die Treppen runter. Ohne Helm übrigens. Okay. Aber ich freu mich schon auf diesen tollen Wald in der Lichtung mit den Lampen. Ich mach das jetzt auch jeden Tag. Das sind schon wieder Steine. Kann man auch wieder beten? Ich hab's genau gesehen. Wahrscheinlich fahren wir jetzt dann gleich wieder zurück. War eine schöne Tour, Mann. Danke fürs Spoilern. Junge. Danke. War sehr cool. Dass du mir alles gezeigt hast, was noch Schönes auf uns zukommt. Die Community mag das auch. Den ganzen Weg hier hochfahren. Spoiler Boy. Spoiler Boy. Das ist eigentlich voll der geile Name. Spoiler Boy und Spoiler Girl. Meine Füßchen tun mir schon weh beim Zugucken. Ich kann nicht mehr. Und doch noch was Neues. Stargate. Ah. Ein Friedhof. Liegt da dein Daddy. Witzig. Witzig. Emotional. Mom wasn't there when he passed away. I was there. Dad had his eyes closed, but... He was making a face. Like he could see something. So I asked him what he was looking at. He said he was looking at me. And I was all grown up. He saw me. Climbing up a hill in the sun. Aww. Aww, süß. Then he said his memories were falling to the soil. And he had to go with them. He didn't want to go. But he had to. He squeezed my hand. And it hurt. But I didn't mind. Can we wait here a while? Just to... See if... Something will happen? Ganz schön traurig. Ganz schön Windstoß. Aww. I met a boy who lost his father just like I did. It's something I don't talk about much. But I did to him. I've been recording everything for you. But this feels... Private. I'm not sure if I want to share this with the future. I was about your age when I lost my dad. Growing up everyone said I took after him. I didn't know what it meant exactly but I felt proud. He fell while climbing a mountain. The other climbers looked for him. He really tried. A friend of his almost fell. Maybe in the same spot. The search was called off. But my search kept going. I couldn't understand where he went. Every morning when I woke up, I thought he'd be back. Didn't he come back just as easily as he disappeared? I was embarrassed to look for him. But I did. I thought about impossibly small places. Like in the air of my breath. Or in the silence between heartbeats. It was silly. At the same time I was growing up, I was changing all the time. Every night I would go to sleep and wake up a little different than the day before. And I realized my dad had gone to a place where you don't sleep. And don't wake up. Where you never change. They must be waiting for us there. In the place we all were before our memories began. Traurig. You're still here. You're still here. You're still here. The tour is over. At the time. At the time. Die tour end here. Wo's dann auch für mich eigentlich weitergeht. Oh. Undankbar. Aber die tour endet hier. Wo's dann auch für mich eigentlich weitergeht. Was steht da drauf? Oh, da steht doch was drauf. Kochi collected objects around the valley and laid them to rest at his father's grave. I've collected memories. Where will they be laid to rest? The museum vault? Traurig. So. Dann lass uns mal die ganzen... Nicht äh... Jerry's tombstone. Die ganzen nicht besuchten Orte. Hier ist doch irgendwas. Musik from a trio of performers. The metal, the breeze, and my mind. This flower was broadcasting. Music? Das ist eigentlich mega gruselig und du überlegst, dass aus Gräbern Erinnerungen rauswachsen würden. Oder? Unlit candles being drowned in a flood. A loss of potential light. Potential prayers. Ja, ist aber ein schöner Friedhof. Unser Franzisko kehrt zu den Göttern zurück, um eine endliche Trägheit zu erlangen und ein unbekannter Heiliger zu werden. Musik Ist hier noch irgendwo eine Lunge? Oder ist es wirklich nur die eine da unten? Musik Das ist tatsächlich nur die eine da unten. Musik Ja. Okay. Friedhof. Okay, die ganzen gespoilerten Sachen sehe ich hier noch nicht drin. Das ist gut. Oh, ich hasse Friedhöfe. Die haben sowas beklemmendes. Das ist gut. Ich bin in den letzten Jahren auf dem Bege. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin in die Stadt. Or maybe it's the other way around. Okay, let's go with the Radi. So, was ist hier oben? Da geht's auch noch lang. Weiß jetzt gar nicht, wo ich langfahren soll. Der Junge hat mich verwirrt. Das sind doch komische Geräusche hier, bitte. Da ist die Musik. It's just the music. Da ist der schöne Wald. Oh, das ist toll. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Die Töfen sind die Wahrheit unserer Leben, da wir den Tod unterdrücken. Das stimmt. Ich hasse sie trotzdem. Wow. Wow. Look at this. Sometimes we're happy. Sometimes we're sad. But we're always walking on ruins. But we're always walking on ruins. Wow. Isn't it lovely? Wow. Isn't it lovely? Das hier? Ah, hier hab ich das Foto gemacht mit ihm, ne? Ein örtlicher Waldweg, ey. Da würde ich immer durchgehen. Oh, wow. Wie kann man das hier alles kaputt machen? Hmm. Whoa. Oh, wow. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Hast du Angst, jetzt können wir uns wappen? Kann ich ihr fragen, wie du entstanden bist? Aber das Zeitalter ändert, es müsste uns doch dann eigentlich komplett egal sein, weil wir sind ja hier oben in Sicherheit. Ich habe die Hände. Wir sind bereits auf der Ruf. Das ist gut. Ich spreche die Dramm aus und du schiebe es. Du kannst jetzt die Augen öffnen. Ich sage dir, wenn ich sie öffne. Ich bin in der Wurz. Die Sonne ist sehr明ke. Meine auch. I'm hungry. Ja. I look for something to eat. Gut. There are fruit trees lining the path. I look for one to pick, to eat. I climb up one of the trees and reach out to grab a shining red apple. I blink and suddenly the apple is rotten. It looks like it's full of spiders. I blink again and now the apple is just a baby apple. Not ripe or rotten. I lose my balance and fall onto the ground. The apple changes colors. Some are eaten. Some disappear. I hear a voice. Someone is there with me. I try to recognize who they are, but their face keeps changing. They're kind of everyone. I tell them, I'm hungry. I want what the earth is trying to give me. They say, these aren't apples. They're memories of every apple I've ever seen. There's something wrong with my eyes. And there's something wrong with the soil. They say, I need to look into the sun to clear out my vision. They say, we're going to look together. And that when we do, they'll melt away. They want to. Then, behind them, I see you. Watching from the shadows. You've been taking notes on everything. This makes me feel better. I turn my head, and I let the light in. I lose track of everything. When I get my senses back, I find myself holding a round, red fruit in my hand. I don't know what it is. But I take a bite, and it's the most delicious thing I've ever tasted. Then I woke up. You can open your eyes now. You probably have questions. Yeah, where are you coming from? How are you coming from? Don't understand them with your eyes. I was seeing old apples, new apples, everything. I couldn't see the right now part of everything. I had to forget a little. You were there, but you were separate. Whatever happens to us, we need you to keep an eye out. Somebody has to stay normal. Somebody has to not look into the sun. I feel like everything is happening the way it should, but I still wish none of it would happen at all. I wish my dream didn't mean anything. I wish we had wasted more time together. I'll count the hours until then. We'll go down this roof together, and you'll keep going down and down, down into the heart of the world. Thank you for listening to my dream. I'll make a skizze of a beautiful water fall. Or water fall. Schön. So, ring-a-ling-a-ling, hier kommt das Gnulli. Hier muss man alles ganz genau anschauen. Es gibt bestimmt Sachen, die man übersieht. Das zum Beispiel, was ist das? Was ist ein Symbol, aber ein Wort, ohne ein Sound? Das kann in so einem Wald schon mal passieren. Das ist so schön. Immer diese unsichtbaren Wände. Was ist das? 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 Das ist so schön. Wie groß ist denn die Map eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Wer hat diese ganzen Lampen hier aufgebaut? Oh wow, ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll oder gehe ich hoch? Oder gehe ich da lang? Ich gehe mal kurz hier lang. Das Haus hat so eine palpable Persönlichkeit. Ich gehe mal nicht rein. Oh wow, was ist das? Oh wow, was ist das? Oh, ich habe ja noch so viel nicht gesehen, da gibt es ja auch noch Tempel und alles. Da gibt es ja noch so viel. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. This instrument is so beat up, but lovingly preserved. It must have played some important tunes. Go spiel. Too bad this is sold out and happened a hundred years ago. What are they all? Oh, a grandma. Oh, that sound, the camera click, the valley used to be so full of the sound, you couldn't hear yourself think, now to hear it again, that sweet, oh, you came to see the work of the reclusive artist, come here, let me see. Die will, die will ja nicht gehen, ne? Gruselig. Die frisst mich bestimmt, die packt mich jetzt und dann isst die mich. So, ich packe erstmal die Sachen hier rein, ich war ja auch noch hier. So, genau, die Sachen muss ich auch mal nochmal, oh, Friedhofsweg, das war der Friedhofsweg? Da hab ich ja noch gar nichts. Aber hier hab ich super viel. Ah, look at this. Ups, das wollte ich gar nicht da drauf platzieren. So breit wie bei Hände, so breit wie die Omi ist, wär ich auch gern. Dad, barely lost, wandering with conviction, if I could tell Dad that I left home, I would describe this feeling to him in detail. Ja, je nachdem wie wichtig es ist, umso mehr Gedankengut packt man da dann rein. A face worn with the strain of creation. She is compelled to create, like how I feel compelled to document this season. The text is barely legible, three aphorisms from the young. None should see the face of love and live. It looks like a set of aphorisms. Now to find the rest. Okay, dann gehen wir mal zur Oma. Wie geil das hier ist, einfach nur. So schön. Boah, die Haare. Boah, ist die gruselig. Wie so eine böse Hexe. Brauenhaft. Boah. Boah. Dann musst du mir nur Bilder meiner Ex-Freunde zeigen. Das ist aber cool. Proportionen wirken etwas verzerrt, ich mag die Farbe, sie ist hässlich, ich mag die Statue, ich finde die cool. Das ist alles. Aber wann ist das Moment? Ist es jetzt? Oder ist es... jetzt? Das ist das, was du hast? Das ist alles, was du hast in dieser Journal? Meine Trash, alle auf eine Page zusammen, wie ein echtes Art Exhibit. Ein Tag, du kannst du meine Name dazu geben. Mitsyara. Sie können auch wissen, wer zu schützen. Hmm You get there Your journal might end up in the vault, which means my artwork might end up there. Oh That would redeem everything When the dream crawls back out of your throat it hurts But I can do better than those little statues. I can if you help me This art will memorialize cheng Valley and we'll finish it to get cheng Valley has many faces Many themes characters eras stages of take a look through this junk And we'll pick one of those faces a face to show cheng Valley to the unborn children of the next season You do that while I make some tea I'm happy that here, right? I'm happy that here, right? You seem lost. We are here to choose a theme for our artwork. You can see through the clutter. I have looked at all this for far too long. There are no mistakes. Only just pick the face. Facet of cheng Valley that calls out to you Within the piles of junk, I found a metal cutout of a symbol These patterns what powers have they had and lost And it's good The sleep symbol this is the pattern the vibration the prayer makes when the prayer is said you can feel it in the air But you can see it in the water if you ever see this pattern in motion prepared to sleep I have it not seen There are two others remember and forget but this one is my favorite this is the pattern that ended the war So The monk used this prayer to end the prayer to end a season God of sleep listened Power was greater and deeper than anyone knew that was how the last season ended Do you want this to be our theme? Yeah, man Very end the tea is ready in the past. I tried to control everything Now this time let's follow our intuition gather some pieces and see what happens what magic might be hiding in this day which will pass and never return Find die so gruselig Ha ha tea This tea is good for the throat So, then I sleep one and then it cooks me It makes me want to sing It makes me want to sing The Lied aufnehmen, on jeden Fall Chubalee ni husa no ta Chubalee ni husa no ta Chubalee ni husa de Chubalee ni husa no ta 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 Heißt das jetzt, meine Zeit ist um? Hallo an Ali. Bruselig mit dem Next Season, finde ich. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich weitergehen soll. Weil, wo ist denn die Karte? Ich habe doch hier auch eine Map. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Wo bin ich? Weil es gibt ja auch noch dieses... Eine Tal... Oh! Okay. Aber es ging doch noch irgendwo anders lang hier jetzt. Wo war denn das? Es ging doch jetzt noch irgendwo anders lang. War das nicht hier über die Brücke? Da konnte ich doch mal irgendwie über so einen Teich oder sowas. Bin ich doch hier runter gefahren. Und dann hier abge... Na genau, da wollte ich jetzt nicht hin, sondern hier runter. Heißt das, dass das Spiel quasi im Prinzip doch so eine innere Zeit hat? Und wenn ich es nicht schaffe, alles rechtzeitig anzuschauen, erkunde ich nicht alles? Kommt mir das gerade ein bisschen rüber? Ja, es wird ja dunkler, ne? Shit! Wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit. Ich darf nicht so viel Zeit vertrödeln. Dass ich auch gar keine Panik habe irgendwie, ist ja schon dunkel. Weiß jemand das, ob das jetzt nach einer Zeit geht und ich die Sachen schnell machen muss? Oh oh, ich wollte doch noch so viel anschauen! Nun darf ich trödeln und start erstmal... Ist da wieder ein Affe? Oh genau, ein Affe gehört. Wo war der? Ah da! Bruh! Du solltest dich verpieseln! Mann, das ist so schön! Ich will, dass das hier alles gar nicht kaputt geht! Was ist denn das? Schreienfahrt! Gehen wir zum Schreien, der soll ja offen sein! Dann leiten doch die Wege sich immer dahin, wo man auch hin muss! So, zum Schreien will ich noch, wenn mir jetzt die Zeit abläuft! Schreien! Dann geh ich jetzt hoch! So war ich da aber sonst eh überall schon! Shit, dass es jetzt so dunkel ist, find ich doof! Oder... Ja, vielleicht... Vielleicht hätte ich das doch lassen sollen mit dem... Äh... Mit der Tour mit dem Jungen! Ich glaub, die hat mir schon Zeit geklaut! Nichts besonderes! Ja, Spoiler Boy! Erst vorhin standen so viele Typen vor der Schule mit Rosen und haben ihre Freundinnen abgeholt und dann komm ich, die von sowas irgendwie angewidert ist! Hahaha! Aber es ist doch süß, dass die das machen! Heute ist Valentinstag, wofalls Leute sich wundern, die das Video später sehen! Oh, schön! Schon richtig schön hier! Wow! Taking picture picture! Tja! This structure doesn't have the use like the ones in my village! I think it's supposed to make you feel something! Or to have a place to think! Untersuchen! Ja! Du kannst deinen Wunsch draufschreiben! Dein Gebet! Voll süß! Okay! Ich glaub, wir haben jetzt fast alles erkundet, gell? Hoffe ich zumindest! Wenn ich dann mit meinem Rad hochfahre, kann auch noch schön klingeln! Das ist so wieder Symbol! A Symbol und ein Name! The Din! These stones must represent the three gods of the valley! Their names seem important! Din! 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 Like an echo from the past! Ah, hier ist nochmal eins! A different symbol and name! The void sounds ominous! Und da ist noch eins! This stone is to worship the tide! The tide! Something calm that comes and goes! Okay! Jetzt muss ich hier also alles finden! Wir fahren nochmal kurz hier runter! Also, um zu gucken, ob hier noch was ist! So, lass mal lurken! Ah, da kann ich einen nehmen! Kann ich das sein, dass ich das da oben machen muss? Soll ich das hier irgendwo aktivieren? Dann muss er, glaube ich, diese Sachen hinlegen passend, ne? Ah, okay! Gruselig! Actually gruselig! Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, so in der Nacht in so einem gruseligen Schrein zu sein! Gibt's dahinter auch irgendwas? Ne! Dann fahr ich jetzt mal hoch! Ich glaube, ich muss hier noch irgendwo dieses Räucherstäbchen und so ein Zettelchen finden, wo ich meinen Wunsch drauf schreiben kann! Wie sieht's eigentlich messtechnisch aus? Jetzt bin ich... Wo bin ich denn immer? Ich seh gar nicht, wo ich bin! Ich weiß nicht! Ich hab jetzt auf jeden Fall die ganze Karte freigeschaltet! Gut! Das weiß ich! Fahrt's mal da hoch! Ganz unverschämt! Da ist, glaube ich, der Mönch! Da soll doch jetzt ne Tür offen sein! Im Schrein gehen! Okay! Also da könnt ihr nicht mehr zurück! Also wenn ihr das macht, ist das Tal zu! Wow! Wow! Also den Wald von vorhin mit den schönen Lampen, den kann man jetzt nicht mehr toppen! Wo ist der Mönch? Habe ich den Mönch jetzt verpasst? Nee, der müsste doch jetzt hier kommen! Der Mönch! In the heart of the shrine, the void sits alone! Hier! Kann man doch jetzt bestimmt beten! Da hat's Früchte! Für... Für... Die Affen! Oh! Emergency Broadcast System! Ja, weil die jetzt fluten, ne? Da ist der Mönch! Ah! Wer bist du? Was machst du hier? Das ist ja gruselig! Ich will mit Menschen sprechen! Ich bin eine Zeugin auf Reisen! Hm! You couldn't pick a worse time! Everyone worth talking to is long gone! What's that? Around your neck! That's a pendant! You're wearing a pendant! My god, I've read about those! A pendant to burner, five memories, one for each sense! Who did you make the pendant with? And who lost the memories? You or her? Sie wollte es unbedingt! Sie meinte, ich muss mich an alles erinnern! I see! And what was something you burned? Bonbons! You burned a piece of whole candy and a memory? Interesting ritual! Similar to what we do here, but different! Yeah, why do I? Your mind will make it into the next season intact! You're protected by five senses, five lost memories! What about everyone else? Ever think about that? Nein! Why would you? I don't need one! I'll be right here until the flood takes me! Why don't you go? The first days of a new season are just so damn hopeful! Feeling that kind of hope again would kill me! I'd rather drown! Of course, of course! Few things are as painful! I told you I read about them! Look at you, protected! The rest of the world is not so lucky! Me, the people you've met on your way here, nobody else is protected! You think everyone makes it into a new season intact? Tell that to the boys face down in the parking lot! You know things are about to change! Oh, stimmt! Die Toten im Parking Lot habe ich jetzt gar nicht gesehen! I can tell! Könnte man nur einen Gemeinschaftsanhänger machen? A collective pendant! To protect a group instead of one person! You're welcome to try! My memories are all over the shrine! You can have them destroy them whatever you want! Asking an old monk to invent a new ritual! Let me die in peace! Also, die anderen sind scheinbar alle gestorben! Die haben wir jetzt, glaube ich, nicht gesehen! Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade überhaupt? Also, irgendwie sehe ich nicht, wo ich hier bin! Okay! Dann, äh, gucken wir doch mal! Naht spüren, Puppe drücken! Ich hatte die gleiche Puppe! Everybody had that doll? Who want a memory for? What did you call it? A collective pendant? Ah, a child left this doll here! A tourist! Is that enough? I guess I won't forget it now! I'll forget it, when the flood comes! Hm. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich gucke auch mal kurz, ob ich hier schon genug Sachen habe, um ihn hier zu aktivieren. Ärgert mich, dass ich ein paar Sachen tatsächlich vergessen habe. Auch hier, wer ist die Flut? Das ist halt, wäre ich echt was. Ich verstehe nicht, wie ich diese Dinge aktiviere. Vielleicht könnt ihr es mir sagen, oder ihr macht es besser. Ich glaube, davon muss ich einfach nur Fotos machen. Davon habe ich oft genug ein Foto gemacht. So, I don't get it. Und hier eben so. Kommt dahin. Er ist Lärm. Ich glaube, das muss ich hier jetzt noch alles fotografieren. Genau, den Schrein habe ich ja. Da habe ich ja alles. Trotzdem immer schön nachtragen. Das ist ganz arg wichtig, damit man viel über die Sachen hier erfährt. Und ich werde das. Wir haben Dr. Fumio's Cures, um zu negatieren, mit den Exigenzen des Lebens als ein consciouser Mensch zu negatieren. Hier haben sie eine Religion. Die Form verändert. Unsere Neues bleiben die gleiche. Genau, alles andere. Sieht gut aus. So, ich glaube, dass ich hier auch Sachen abfotografieren muss. Blinklicht einschalten, buntes Licht einschalten. Ja. Ich erinnere mich, die Lichter wie diese in der Runde zu sehen. Die Nacht war Manchez, der berühmte Sänger. Unser nativer Son. Überraschend von Menschen, in einem Ring der elektrischen Lichter. Elektrizität in der Luft, in seiner Sprache. Alles glücklich. Der Schrein des Tieng. Vielleicht muss ich hier auch nochmal die Fotos von machen. Sagt sie nichts dazu? Vielleicht hiervon? Auch nichts. Hier ist mein Fahrrad. Da ist noch was. Stinkendes Räucherstäbchen, Hochzeitsräucherstäbchen, Gebetsräucherstäbchen. No. Die Säken. 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 Also! Ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass er sich wieder erinnert oder wieder Lebensmut bekommt. Was ist das? Diese Frucht ist ein eröffneter Tast. Aber geh zuerst, probier es. Ich wüsste gar nicht, wie ich die öffnen soll. Gibt es den Tast? Es dauert Zeit. Ich erinnere mich lange vor, als ich ein schönes Mensch war, in die Orchards mit einem anderen Junge, bevor wir wussten, was romantisch war und was nicht. Oh, okay. Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall wieder seinen Lebensmut wecken. Dead boy is broken. Broken hearted boy. Okay. Dann lass mich mal schauen, ob es hier noch irgendetwas gibt. Vielleicht kann ich ja für ihn sogar eine Ding anmachen. Eine. So kann ich hier nichts machen, das stört mich richtig. Und was ist, wenn ich ein Foto von ihm mache? Stimmt, ich sollte mal mehr Fotos machen hier, ne? Wundert mich aber, dass ich hier nichts... Und vielleicht von dem Stofftier sogar? Unter der Fernseher. Diese Box. Gibt es hier noch irgendwas auch an Sound? Vielleicht sogar hier am Schrein? Nee. Okay. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen rumschauen. Irgendwas habe ich bestimmt noch übersehen. Also irgendwie müssen wir ihm wieder Lebensmut geben. Der hat keinen mehr. For sure. So, sonst hier noch irgendwas hinten vielleicht? Sein cooler Van. Okay, dann würde ich mal kurz alles ins Buch eintragen, wenn es hier nichts mehr gibt. So. Und dann muss ich ja für ihn diesen Anhänger irgendwie schaffen. So. Der Schrein von Tieng. So. Der Schrein von Tieng. Neues Stempel und Ende freigeschaltet. Oh. Ach, gibt es jetzt keine neuen Seiten mehr oder wie? Hier wird jetzt irgendwas freigeschaltet. Okay. So, ich habe jetzt diese Dinge hier gefunden. Gibt es jetzt nicht eine Möglichkeit für ihn das irgendwie zu mixen? Irgendwo muss ich ja diesen Anhänger machen können. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier irgendwas? Ich kann ihn ja, ich muss ihn jetzt ja höchstwahrscheinlich nicht einfach alleine lassen, oder? Steht da drauf? Kann es nicht lesen. Mal gucken, was passiert, wenn ich einfach weiterfahre. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Kann, glaube ich, auch nicht mehr zurück. Ist ja ganz schön hart. Oder muss ich noch irgendwo Besonderes hin? Vielleicht am Schrein muss ich es machen eventuell. Ich verstehe auch gar nicht, wie hoch diese Flut sein soll, dass die hier tatsächlich alles überrollt. Ach, guck mal. Ich kann, glaube ich, gar nicht zurück. Ne. Okay, wir können nicht zurück. Nicht, dass ich versucht habe abzuhauen. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Irgendwas muss ich noch finden, was ich, glaube ich, ansprechen kann. Vielleicht muss ich ihm einfach mein Fahrrad zeigen. Guck mal, Brody, ich habe ein Fahrrad. Ach, hier kann man auch gar nicht fahren. Okay, hier hat sie Respekt. Das macht man nicht. Sonst kann ich hier irgendwas tun. Kann auch mit ihm gar nicht mehr reden. Also irgendwas muss ich noch finden, mit was ich hier interagieren kann. Vielleicht eine Blume pflücken oder so. Was haben wir denn jetzt? Wir hatten jetzt Geruch. Wir hatten jetzt Geschmack. Wir hatten etwas, was man fühlen kann. Was man sehen kann. Jetzt dürfte ja eigentlich nicht mehr viel fehlen. Vielleicht Bücher. Irgendwas muss noch da sein. Irgendetwas. Aber ich sehe hier auch nichts. Vielleicht ist hier hinten nochmal irgendwas. Was ich noch finden muss. Also ich tatsächlich werde das Spiel nochmal durchspielen. in meinem Bettchen. Allerdings in meinem Bettchen. Um nochmal alles irgendwie zu inspizieren und zu finden. Und vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wie man gerade zum Beispiel diese Schreine oder so aktiviert. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Das Spiel recht neu ist. Konnte mir auch niemand im Chat helfen. Irgendwas muss hier noch sein. Was ich nicht sehe. Die Lichter hatten wir. Die Lichterketten hatten wir. Hier. Ich glaube am Schreien muss da noch irgendwas sein. Oder? Vielleicht Kerzen. Weil da hat sie ja auch nichts gemacht. Vielleicht Früchte. Hier am Wasser irgendwas. Rudi, sprich mit mir. Oder muss ich diese Zeichnung vielleicht abfotografieren? So, ich habe jetzt sehr sehr lange recherchiert. Ganz viele andere Let's Plays angeschaut. Guides durchgeschaut. Und ich vermute leider, dass bei mir ein Fehler ist. Weil ich habe ja alle vier Sinne. Ich habe einmal den Hund, der ja für Fühlen ist. Ich hatte die Frucht für Schmecken. Ich hatte die Stäbchen für Geruch. Und wir hatten tatsächlich auch noch... Was hatten wir noch? Ja. Genau. Ich hatte noch die Lampen für Licht und Sehen. Und jetzt fehlt noch der Klang. Und der ist eigentlich hier. Und bei allen anderen, egal in welcher Reihenfolge die es gemacht haben, ist hier ein Knopf. Und den kannst du drücken. Und dann legt man eine Schallplatte rein. Und dann hört er Musik und erinnert sich. Und dann hast du alle fünf Sinne. Ich habe bei niemand anderem diesen Fehler entdeckt. Mir fehlt auch kein Schlüssel oder so. Das ist bei mir wirklich ein Bug. Das finde ich unfassbar ärgerlich. Und das darf in so einem Spiel auch nicht passieren. Vielleicht hattet ihr das Gleiche und könnt mir erklären, was los ist. Unter den Bedingungen, weil ich kann auch nicht mehr zurück, würde ich mir jetzt aber dennoch das Ende bei TBD anschauen. Weil das möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Finde ich trotzdem extrem ärgerlich. Wie gesagt, vielleicht hattet ihr das gleiche Problem oder ich habe irgendwas übersehen. Aber ich bin jetzt hier seit einer Stunde und kann nichts zurück und kann nichts machen. Und es gibt auch keine Reihenfolge. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Es funktioniert bei mir nicht super frustrierend. Und wenn es wirklich ein Bug sein sollte, gibt es einen fetten Minuspunkt. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze einfach einmal an, wie es denn so weitergeht. Und ja, kann man nichts machen. Blöd gelaufen, aber sehr, sehr ärgerlich. Gut, dann schauen wir es mal hier weiter an. So. Hier können wir nämlich sehen, dass er nämlich hier die Musikbox gespielt hat. Und ab dem Moment kommt nämlich der Monk dann wieder runter zu einem und dann spricht er mit einem. Und das ist halt das, was ich leider nicht triggern kann, weil bei mir diese Box nicht zu öffnen ist. Und wie gesagt, diese Box braucht keinen Schlüssel. So, das hat er bei mir eben nicht gemacht. Da seht ihr auch, da ist die Box hinten auf. Mein Name ist Ezel. Ich war der letzte Monk von Tiengvalli. Ich habe nicht die Ausweite durchgeführt, um ein Monk zu sein. Aber ich bin der einzige Platz. Ich Marin habe mir ein Monk zu sein gemacht, denn ich habe sich um sie zu haben. Wenn du einen Ruin wie ich an den Sterben betrachten möchtest, sollte dir das in dieser Saison wirklich zu hören, müssen dich wirklich segrössig über die Reihenfolge gehen. Was kannst du über mich schreiben? du hast quasi gewählt zu sterben er wollte in der season bleiben er war quasi in einem weißen heim er war quasi in einem weißen heim und sie hat ihn aufgenommen die war auch ein mönch und er hat versucht die erinnerungen an früher zu löschen und er hat auf einmal sie mama genannt warum und er hatte Angst davor die Soldaten kamen zum Dorf und die Sonja hat den Krieg gehasst ah ok wir sind an der Küste wahrscheinlich dürfen wir auch noch an die Küste oder? ok und da gibt es quasi einen Leuchtturm und mit dem gibst du ein Signal und das soll quasi das Zeitalter oder die season die es jetzt gibt beenden ich bin so gruselig oder traurig wenn man immer sagt season ja jetzt kriege ich eines der Fotos du träumst von einem anderen Zeitalter Sonja oder Kindheit Sonja fragen wir sie ich will sie haben sie hat auf dich aufgepasst sie ist eine wichtige Figur sie hat auf dich aufgepasst ich wünsche sie würde sie kennen aber gut sie war niemals dieselbe nach diesem großen Gebet was zur Hölle war das? sie haben die Lichter ausgemacht jetzt dauert es nicht mehr lang stell dir mal vor die Wellen kommen hier rein oh Gott ich sollte nochmal beten ihr solltet abhauen jetzt ihr solltet abhauen dein Amulett das Opfer das deine Mutter gebracht hat um dich sicher zu halten er sagt quasi mit dem Amulett können wir es vielleicht schaffen alle Leute die sie auf ihrer Reise getroffen hat zu beschützen um sie sicher in das nächste die nächste Season zu bringen okay ja lass uns probieren also quasi wenn wir das machen dann sind wir glaube ich nicht mehr geschützt muss man das dann entscheiden kann man da Weg A oder B wählen ich glaube man kann es nur anmachen contemplate the joys use my pendant for the prayer I can't risk my pendant ach jetzt kannst du wirklich entscheiden ob du es tust oder nicht okay sie tut's aber wenn ich dann selber nicht mehr geschützt bin dann bringt mir das ja gar nicht okay jetzt beten wir nur zuhören oder die ah ich nehme man kann es aufnehmen we sink these words into the fragile earth to accompany lost souls listen to the record of our lives spinning and the old woman tapping her foot to the music taste the fruit we stole from the orchard die armen kühe und tiere werden ja alle sterben und pretend to love the taste until you truly do heal the fabric of a lost doll smell the incense of an old evening sun und die Frau ist gegangen der Stuhl ist leer the caretaker prayer the scent of the woods and the wedding tree turn your eyes to the colored light the faces in the crowd are the faces of your children we offer this prayer on behalf of our companions das ist ja schrecklich dass das alles überflutet jetzt them find themselves with senses warm and ready for the life of the season to come you have the sounds of the moment the moment is already passed you've done all we can i need to take you out of this place mich fühlt sich das irgendwie so weird an weil das eigentlich so ein schönes Dorf ist und alles so schön und trotzdem wird es zerstört so ohne Sinn ich glaube das ist aber genau das was das Game sagen will ach da sind ja alle ach die sind oben alle also das Ende der Flut war nicht als die Flut kam sondern als die Leute alle ihren eigenen Weg gingen und sich getrennt haben at the last possible moment i saw them as a community without the protection of my pendant i felt even closer to them whatever happens we're all in it together voll sad und dass der der von Anfang sich das jetzt alles anhört also er hat den quasi allen jetzt Passports gegeben also äh Ausweise und macht halt mit ihrer Fotokamera als Fotos von den Leuten ist alles so sass ja so beginnt eine neue Ära the grey hand arrived we had what we call Passports for everyone he said there were supposed to have a photo but this camera was broken alles klar was was ich gerade gesagt hat okay ich muss jetzt entscheiden ob ich ihm helfe oder nicht für das Foto ja sagt sie hätten wir uns auch dagegen ob wir uns dagegen auch weilgern können he gave me a pin and told me their new name would be floral path der Blumenspard der Blumenweg ein ganz komischen taste hier gerade ganz weirder taste wir müssen nicht mit okay und wir pennen ich finde ihn ganz schön gruselig gruseliger Guy gehen wir jetzt zur Küste listen closely the road behind you leads to the coast there's an old warning system on the beach an emergency light that can be seen from the other side of the ocean you can warn the rest of the world about the change of season all you have to do is turn it on it was built to survive anything I'm sure it still works do you understand okay wir läuten jetzt quasi mit dem Leuchtturm die neue Season ein was wirst du jetzt machen kann ich ein Foto für dich machen äh von dir also der macht quasi jetzt aus seinem Van schreien hat er gesagt und wird dort weiterbieten geil let's go goodbye so goodbye das war's jetzt okay und dann geht man wahrscheinlich zu Coast weiter und das ist das was wir jetzt leider nicht tun können weil mein Game nicht weiter geht das finde ich echt ärgerlich bin mal gespannt ob es bei euch auch so ist oder ob ich irgendwas übersehen habe aber ich glaube nicht weil ich habe mir die anderen Gameplays angeschaut bei mir gibt es einfach nicht diesen Button es gibt nicht diese Möglichkeit wenn dann ärgere ich mich natürlich aber wir sind eh fast am Ende deswegen können wir das jetzt auch hier anschauen ich will nämlich wissen wie das Spiel ausgeht und da ist die Küste es hat little nightmares vibes absolute little nightmares vibes man kriegt von der Überflutung gar nichts mit und warum das passieren muss ich muss ja sagen ich bin jemand der auch tatsächlich ganz gerne Leuten auch mal beim Zocken zuguckt das merke ich gerade bei meiner Schwester die hat nämlich jetzt sich eine Playstation 5 geholt zum Geburtstag und es macht wirklich Spaß dazu zu schauen auch bei The Quarry zum Beispiel und Spyro es ist sehr entspannend und man sieht viel mehr man sieht viel mehr was sie nicht einsammelt und alles ja ich glaube das muss man jetzt noch machen die Season und dann vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr warum das alles überflutet worden ist und warum das alles hier überhaupt passieren muss das ist mir nämlich noch nicht so ganz bewusst warum das passiert aber vielleicht wisst ihr es ja maybe maybe you know it hier kann man scheinbar auch überhaupt keine Fotos machen beziehungsweise macht er hier überhaupt keine aber da vorne gibt es was ein bisschen was es ist wirklich wie ein Little Nightmares total bedrückend wahrscheinlich auch noch diese ganzen Schiffsverracks vorm Krieg ist es das? Hä? ich dachte das ist ein Leuchtturm wo man hin muss wo das ist doch dieses komische Horn da höchstwahrscheinlich sogar okay dann beginn mal die neue Season wenn das wirklich hier ist ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen ne der muss da 100 Brot drauf jetzt die Titanic geht jetzt auf dieses verdammte Ding wieder ein neuer wer zur Hölle ist das? you see you my village is safe my village is boring my village is oh schön das haben wir vergessen zu fotografieren nice village is weird no der redet aber wie komisch public lizard for everyone ach ist er vielleicht ein Lizard? oh haha I say I live home my mother no cry goodbye also er hat auch das Haus er hat das Haus zu Hause verlassen und seine Mutter hat geweint und unsere auch meine Mutter meine Mutter war sehr emotional jetzt zeige ich mir quasi die Mutter traurige Mutter ich bin am Morgen gegangen ich bin weit weit weg gegangen von zu Hause ganz allein ganz ganz lang warum bist du gegangen? warum ist sie gegangen? ist eine sehr gute Frage was stand da gerade? hier warum nicht? oder sie sagt es ist halt eben etwas passiert sie hatte einen hervorhersagenden Traum der ihr signalisiert hat dass dieses Zeitalter diese Season beendet wird und sie wollte rausgehen um alles festhalten ähm um es quasi den Leuten der Zukunft zu zeigen das sagt er auch ah gut ah gut warum bist du nach haupt von Neuheim gegangen ich kann diese Sprache nicht und ich glaube die gibt es auch nicht oh schau dir mal das an ich mag sie ich habe sie gezeichnet was sagst du? ah ich zeige gerade sie was ich gezeichnet habe ach witzig wir vergleichen jetzt quasi gerade unsere Reisen und unsere Bücher und wie unterschiedlich die sind das ist ja lustig eigentlich voll die süße Idee wenn jeder so ein Buch machen muss von seinen Live nicht wie so eine Art Tagebuch aber halt so einfach die wichtigsten Momente play sound you play sound let's close your eyes schließ die Augen ah jetzt zeige ich ihm Melodien die ich mit ach so dann zeige ich es in alle Melodien sie hat sehr viel Musik aufgenommen aber nie gesehen wer diesem Instrument wirklich dann gespielt hat er war mit der Frau quasi drei Tage zusammen das sind so Freunde und er war traurig dass er gehen musste ich habe einen alten Mönch getroffen erzähle ich ihm jetzt weiß der um die Welt und jetzt sind wir hier zusammen wir sind gleich deine Polaroid Kameras machen Foto geil aber interessant das ist jetzt doch trotz allen Menschen die es gab jetzt auf einmal hier auch irgendwie so eine Art Kobold lebt sieht richtig gruselig aus die hat auch vor nix Angst Seaside muss man da nicht jetzt irgendwie das neue Zeitalter einläuten ich verstehe auch noch gar nicht warum das sein muss es läuft doch eigentlich gerade alles ganz gut und friedlich hatte ich so das Empfinden ah jetzt macht sie die Signale oder also die Lichter haben quasi die andere Seite der Welt gewarnt ich hoffe dass irgendjemand gesehen hat oder frage mich ich frage mich ob überhaupt jemand weiß was das hier bedeutet was eine Warnung ist diese Season ist vorbei diese Saison aber warum mein neuer Freund ist am Morgen nach Hause gesegelt ich gehe mit ihm ich habe so sehr Angst aber fühle mich so erleichtert im selben Moment ich kann nicht gerade ausdenken bevor ich lossegel ins Unbekannte schaute ich nochmal mein Journal und meinen Brief an die Zukunft so da kann man nochmal alles durchblättern dann ne ja ne lange Reise jetzt gern selber gespielt da reist der wirklich irgendwo hin ne du weißt ja auch gar nicht wo kann ich ein Haus bekommen oder lebe ich überhaupt mal in irgendeinem oder du weißt stas warum geht das kaputt warum ist das so blinding light and a strange pattern disappeared off the surface of the water blendendes Licht und ein seltsames Muster ist am am im Wasser erschienen also an der Oberfläche des Wassers meine ähm Gedanken sind leer kann es sein dass jetzt dieser Anhänger sich zerstört hat weil ich die Erinnerungen und dieses Siegel nicht mehr brauche und diesen Schutz dann kamen meine meine Senses wieder an Leben dann habe ich wieder den den Ozean gerochen fühlte wie sich das Boot quasi hin und her wippte ich hörte die Wellen ich sah dass jemand anders mit mir ist jetzt habe ich die Welt das erste Mal wirklich entdeckt ich war überwältigt von der Schönheit ach kann es sein dass der Anhänger uns diese Sinne genommen hat damit wir sie haben um für die Nachwelt alles aufzunehmen und jetzt haben wir die ganzen Sinne wieder zurückerlangt jetzt habe ich das Gefühl von Möglichkeiten und dann habe ich dieses Journal gefunden und ich ließ ganz sorgfältig durch die Blätter durch also haben wir quasi alles vergessen es sagt hier ist mein Zuhause meine Mutter meine Freunde oh Gott ich erkenne niemand mehr von ihnen ach kann es sein dass die neue Season auch immer alle Erinnerungen und Gedanken löscht und das hat mich wirklich fertig gemacht und ich realisiere dass es nicht für dieses Journal war ich werde nicht einmal wissen dass ich alles verloren habe wie grausig jetzt zeige ich ihm das Foto weil er es auch vergessen hat diese Seiten sind einfach nur eine kleine Brücke zwischen dem und uns und der Welt und was alles verschwunden ist und ich halte diese Brücke zusammen also dafür war ich da also bedeutet es quasi dass wir alle unser Gedächtnis verloren haben dieses Amulett hat mich davor erstmal geschützt und ich habe quasi dieses Journal gemacht damit wir nicht vergessen was war wenn ich das jetzt richtig interpretiere genau jemand der sein Zuhause verlassen hat um das alles hier festzuhalten bevor es sich verändert hier sind quasi alle Aufnahmen die Leute von den Leuten die ich getroffen habe genau Momente deren Leben bis diese Ära zu Ende ging Also sie haben quasi dafür gebeten dass wir alle vergessen also diese Greyhands haben dafür gebetet dass wir Menschen alles vergessen und diese die Gedanken an die Welt wie sie war verlieren bedeutet das weil die dann wussten sie können uns zum Beispiel in diese ganzen in diese neue Stadt stopfen und wir beschweren uns nicht und sind dann eh gefügig weil wir uns an nichts mehr erinnern Ja Genau ich hoffe dass quasi mein Journal dir hilft dass du quasi durch diesen Gedächtnisverlust oder den Nebel des Gedächtnisverlustes überhaupt durchblicken kannst Deswegen konnte ich mich auch erinnern wer ich bin Ich werde auf jeden Fall weitermachen um die Welt weiter festzuhalten Oh wie traurig Selbst wenn ich es niemals schaffe ein Palast voller Erinnerungen zu schaffen Wer auch immer das hier liest Ich öffne dir mein Journal und mein Leben in darin Wenn irgendetwas hier von diesen Zeiten oder von diesen Zeilen die Welt verlässt nach draußen dann lass es diesen einen Satz sein Nur diesen paar Wörter die du von einem Reisenden auf einem Fahrrad gehört hast Am Ende des Abends drehte sie sich zu dir um und sagte Es ist nicht zu spät Ist das vielleicht der Das ist doch der Junge oder? Kann es sein dass es der Junge ist auf dem Fahrrad? Wie ich das zu Hause für meine Tochter verlassen habe Wie ich das zu Hause für meine Tochter verlassen habe Ich finde einen sicheren Platz auf der Erde Ach guck mal da ist diese Stadt wo alles hochgebaut ist Ach jetzt hört er genau das gleiche was mein Papa mir erzählt hat am Anfang Schließe alles schließe deine Augen Siehst du es für dich selber? Du siehst es für die Toten für die Ungeborenen Hörst du selbst zu? Du siehst für die Toten für die Ungeborenen für die Ungeborenen Ich habe so viel mehr zu erzählen Ah ok also jedes Mal wenn ich mich hinlege dann habe ich also jedes Mal wenn du dich hinlegst hast du der Welt immer mehr zu erzählen weil er wird jetzt der Nächste sein der diese Season festhält das heißt irgendwie ist es so dass die Menschen von Season zu Season ihr Gedächtnis verlieren und deswegen halten die jetzt von Season zu Season alles im Journal fest er hat jetzt das Dankeschön übrigens an Gamings Gaming is Fun da haben wir das Let's Play angeschaut das bedeutet quasi er ist jetzt in dieser strahlenden Welt von der gesprochen worden ist und hier werden die Leute auch irgendwann wieder alles vergessen und deswegen wird er jetzt alles festhalten ich würde mich würde mich nur interessieren warum vergessen die alles weil ja diese grauen Hände dafür gebetet haben aber ist ja eigentlich auch krass wenn du in der Stadt lebst so einfach niemand mehr weiß wer er ist aber wahrscheinlich damit die Leute keinen Aufstand machen und mitkommen aber ich bin gespannt auf eure Interpretation es war ein sehr sehr schönes Spiel ich werde jetzt wie gesagt für mich noch mal ganz in Ruhe durchspielen weil ich einfach Bock drauf hab und schreibt mir gerne in die Kommentare ob ihr diesen ähnlichen Fehler hattet ich verstehe nicht warum das so war ich hoffe dass es beim zweiten Durchlauf nicht nochmal passiert ja und Dankeschön dass ihr dabei wart und mich auf diese wunderbare Reise begleitet habt ich freue mich auf weitere Storygames sehen uns in den nächsten Videos und ich wünsche euch einen schönen Tag Tag oder Abend oder Nacht noch nicht an Antes sind